los geht's mit 1902 deinem msv-podcast mit micha und stefan präsentiert von united autoglas oberhausen viel spaß eine neue folge potport saßen 1902 130 ausgabe ich weiß gar nicht ob es eine jubiläum ist und ja irgendwie nicht so ein gutes oben denn der msv duisburg hat wieder zwei dinge hinter sich am vergangenen wochenende ist zum einen die niederlage ich will jetzt nicht sagen da sind wir schon so ein bisschen leid geprobt aber ja auf der anderen seite so ist es ja auch so ein stück weit und auf der anderen seite der micha der hat schon gepostet jetzt ich glaube gestern heute ich weiß gar nicht mehr wann wird uns gleich sagen irgendwie gefühlt jährliche tradition ist es mittlerweile beim msv duisburg und zwar wir haben cheftrainer also nicht wir beide der michael und ich sondern der msv duisburg hat torsten ziegner von seinen tätigkeiten entbunden darüber wollen wir unter anderem heute abend sprechen ich begrüße den guten michael und sage schönen guten abend schönen guten abend stefan schönen guten abend liebe leute im chat in der community allgemein bei spotify bei itunes bei google podcasts bei football was my first love überall wo ihr uns hört und seht schön dass ihr uns alle an dieser denkwürdigen folge oder in dieser denkwürdigen folge begleiten werdet wir sprechen natürlich aber damit wir das ganze mit ziege noch ein bisschen spannender machen erstmal über das spiel definitiv dazu haben wir uns natürlich abgesprochen wir sind ja jetzt zwei quoten junkies sage ich ganz kurz stefan letzte komplett sorgenfreie erfolgreiche saison ich habe es heute mal angezogen deswegen elf zwölf rein power herrlich ganz ehrlich ich glaube dazu bringe ich gleich noch einen übergang zu dieser saison wenn wir über die möglichen kandidaten sprechen ich weiß es ist utopisch aber ich würde mir da jemanden wünschen vielleicht weißt du wenig mal wir machen einen kleinen cliffhanger und starten in das spiel ja ganz so schnell geht es nicht natürlich traditionell also letzte woche waren wir nicht zu sehen und nicht zu hören unter anderem hat der msv in der zeit niederrhein pokal gespielt hat gegen vorwinkel gewonnen durfte das ganze kommentieren glückwunsch zur zweiten runde zu 1 zum einzug zumindest und es gab ja auch das wie soll man sagen freundschaft freundschaftstreffen mit dem fsv mainz mit dem quasi der beerdigung der tribüne am bruchweg also dort freundschaftsspiel gegen den fsv mainz 2 0 verloren und demnach ging es dann ja über die länderspielpause hin zum sechsten spieltag wie geht es dir denn wie geht es dir denn mir geht es wieder gut ich lag flach mittwoch bis freitag habe noch ein tolles karten angebot für freitag bekommen das musste ich aus dem bett heraus dann absagen ja mir geht es wieder gut vielen dank wie geht es dir hast du sportschau geguckt sportstudio ja habe ich tatsächlich gestern du auch was ist mit unseren drei punkten ich habe es nicht gesehen ist eigentlich immer geil warum habe ich die eigentlich gestrichen weil wir immer zu lang wurden oder von mir aus können wir sie ab dem nächsten mal mal wieder machen ja ich habe ich habe auf jeden fall tatsächlich aktuelle sportstücke guckt denn du weißt ja ich habe es immer mal hier wieder rein geworfen ich bin ja nicht erst seit dem gewinnen der weltmeisterschaft großer basketball fan und gestern waren die deutschen gold jungs zu gast im sportstudio habe ich mich sehr darüber gefreut dass die am start waren und heute morgen habe ich zusätzlich noch nicht den fernsehgarten auch nicht immer wieder sonntags mit stefan ross und matze knob gesehen sondern ich habe den doppelpass geguckt und da kam ich mir so ein bisschen verrückt vor den habe ich mir fünf minuten gegeben und habe den danach wieder weggemacht okay ich habe ein bisschen reingehört heute auf dem rückweg von der arbeit was war schlimm ja was heißt es war schlimm gar nichts war schlimm aber ich finde es natürlich immer ein stück weit polarisieren da wenn du wenn mario basler da ist und unsinn erzählt genau genau ist er so mein ding ne also spaßmäßig auch ist er ja du bist schon du bist schon eine kleine sau stefan ja wir nähern uns hier wir nähern uns hier gleich den 200 zuschauern und wir reden über einen doppelpass ja auf der anderen seite ich bin ja kein gegner und auch kein verfechter denn ich arbeite ja bei einem arbeitgeber der auch sehr sehr stark im frauensport aktiv ist aber dieses aufgesetzte wir müssen jetzt zwangsweise jetzt irgendwie von von acht gästen fünf frauen einladen und wir müssen da jetzt ausnahmsweise über die zweite frau im bundesliga oder über die erste frau ist mir ein bisschen zu viel so dieses zwanghafte wenn wenn ich bock darauf habe dann würde ich mir das angucken und würde mir das auch anhören wenn es so ein stück weit in die richtung geht dass dass es fachlich gut gemacht ist habe ich auch überhaupt kein problem damit auch du hattest ja schon mal die ein oder andere dame bei dir im podcast auch das kann man sich ja dann immer schön geben ja geil steffi jones mehr typ aber wenn ich das gefühl habe ich als zuschauer werde werde jetzt quasi dahin gezwungen so nach dem motto du musst es jetzt gucken du musst ins stadion gehen mit herren darfst du gar nichts mehr eine browser haben dann ist mir das zu viel da bin ich dann raus an irgendeiner stelle und naja kann ja 200 zuschauer just in dem moment wo wir über die 9 zu 0 niederlage des msv duisburg in hoffenheim sprechen genau vielleicht vielleicht wollte ich damit auch nur einfach ausblenden ja mich ja wir haben es gerade gehört die ausgabe heute wird von united autoglass oberhausen präsentiert von frankie und ihr seht ja nachdem ich letztens hier den stuhl vom bürosysteme linienthal promotet hatte ist kein scheiß was hast du jetzt eine neue autoscheibe ohne scheiß musste wirklich auch diese woche zum frankie kack mir hat vorne quasi einer also ein lkw so einen schönen kleinen riss beschert denn wir kennen es alle im moment gefühlt nur noch stau auf allen autobahnen und irgendwie sehe ich kein land mehr hätte ich fast gesagt ich sehe aber wirklich mittlerweile nur noch lkws und demnach war vor mir einer kennst du wahrscheinlich so wie in so einem schlechten film keiner mit plane und keiner irgendwie durfte der wahrscheinlich gar nicht und er hatte da irgendwie 800 milliarden tonnen geröll drauf und das braucht es ja manchmal nur diesen einen kleinen stein genau und dann trupps und was soll ich dir aber sagen mein arbeitsweg a 42 richtung essen da arbeite ich ja bin ich einfach auf dem rückweg mal da vorbeigefahren auf dem käffchen habe mich über den msv unterhalten und schwuppsi wupps waren die jungs aktiv rechnung geht natürlich nicht zu mir sondern zu meiner firma von daher alles passend ja so schließt so schließt sich der kleis würde der japaner oder der link ist ein kleis welcher film war es verrückt nach mehr hangover nee ich weiß auch nicht irgend so ein film keine ahnung ich habe gestern ich habe gestern übrigens an melkenpa 2 geguckt wo ich nur noch mal anmerken war eine geile zeit früher also ja der msv hatte am samstag hätte ich schon fast gesagt nee es war nämlich der freitag den sc fair zu gast und demnach waren die zeichen schon so in die richtung gestellt dass wir natürlich so ein stück weit man könnte schon sagen mehr unter zugzwang standen zum siegen verdammt würde es glaube ich besser treffen und demnach waren die vorzeichen also klar verteilt fair auch immer wieder derzeit mit schwankenden leistungen aber für uns für all die duisburger glaube ich so ein stück weit immer mit so einem klischee versehen angstgegner oder irgendwie zumindest gefühlt unangenehm demnach ja bin ich mit diesem gefühl in die partie gegangen und lass uns erstmal ein stück weit generell um das drum herum sprechen und dann werde ich gleich auch nicht als klugscheißer daherkommen aber ich werde zum schluss ganz kurz den bogen spannen zu dem moment wo ich eingeschaltet habe denn da ist mir ein gedanke durch durch den kopf gegangen und den möchte ich nicht vorweg nehmen sondern nämlich gleich nachher anhängen kommen aber wie gewohnt mal zur taktischen ausrichtung denn das gab natürlich einiges an gesprächsstoff kannst du dir vorstellen denn torsten ziegner beorderte folgende elf aufs parkett dementsprechend sind wir reingestattet mit müller hinten im tor dann von rechts nach links mit bitter fleckstein knoll köther stierlin kasaneda auf der sechs davor die offensivreihe mit eswein jander und köpke und diejenigen die gedacht haben oder gesagt haben mittelfeld das kannst du eins zu eins so machen hat es mit sicherheit den ein oder anderen trotzdem verwundert dass sebastian mai seines zeichens kapitän ganz ganz vorne anzufinden war dementsprechend der msv mit der folgenden elf zu beginnen und deswegen lass uns doch mal einmal darauf zu sprechen kommen ob das verwunderlich war ob das die letzte patrone war ob das einfach nur folgerichtig war ja ich habe ja wie so oft mir das training angeguckt ich war zwei tage vor dem spiel war ich noch beim training und habe dann aufgrund des trainings genau diese aufstellung vermutet diese aufstellung ist allerdings nicht ganz korrekt stefan die elf die der kicker hier abbildet oder alle anderen auch ist ein 4-2-3-1 und wir haben lediglich gegen den ball 4-2-3-1 gespielt du müsstest jetzt im prinzip mal alle außenpositionen ein bisschen im uhrzeigersinn rotieren übrigens knoll auf der rechten innenverteidiger position ist auch sehr witzig beim kicker naja auf jeden fall du müsstest das alles mal im uhrzeigersinn rotieren wir haben nämlich mit einer dreierkette aufgebaut das heißt wir haben mit flecki und knoll und ein stückchen davor mit entschuldigung mit mit bitter und knoll und ein stückchen davor mit fleckstein als zentralen mann in der dreierkette aufgebaut köter parallel zu eswein auf der außenposition und dann quasi weiter rotiert köpke nach vorne neben mai wir haben also mit einem 352 aufgebaut was im training sehr sehr gut teilweise funktioniert hat genauso wie es dann später da kommen wir dann gleich zu in der ersten halbzeit auch sehr sehr gut funktioniert hat und mehr will ich dazu jetzt noch nicht sagen also es war komplett meine aufstellung also nicht das was ich machen würde davon rede ich nicht ich ist komplett wertfrei was ich sage aber ich habe genau diese aufstellung vermutet habe sie dann auch getwittert und genau so ist gekommen jetzt schon mal vorweg ohne dass wir uns an dieser stelle jetzt ausdiskutieren werden habe ich nicht vermutet ich war nicht beim training und ich hätte auch niemals so aufgestellt eine sache möchte ich ganz kurz noch sagen dann darfst du gerne für mich grundsätzlich meine größte angst die schiebe ich jetzt mal vorweg meine größte angst dass irgendeiner jetzt auf die idee kommt castaneda aus der ersten elf zu nehmen weil jetzt ein neuer trainer da steht so und jetzt kannst du gerne sagen was du willst was ich will nein es wird heute auch schon mal vor vorweg es wird zwei abstimmungen geben einmal die sich natürlich auf dieses spiel ziehen wert in bezug auf das zebra des tages habe ich nicht vergessen haben wir aber gleich weil wir den zweiten block heute glaube ich ein bisschen größer ausdiskutieren werden haben wir dann ein bisschen mehr zeit und dann wird es natürlich noch eine zweite abstimmung geben in bezug auf die trainer entlassung und auf die folgen dessen ja dementsprechend sind wir so mit dieser mannschaft ins spiel reingestartet und was soll ich sagen der msv ist natürlich richtig fulminant in die partie eingestiegen 1 zu 0 joshua bitter neunte minute dreizehnte minute bevor wir auf die tore zu sprechen kommen mich ja sebastian mai du hast gerade gesagt ja ich war dabei ich habe gesehen wie die jungs drauf sind habe trainiert fühltest du dich zu diesem zeitpunkt bestätigt ja absolut weil und der punkt ist ja folgender die idee dahinter ist ja nicht dass mai ein besserer stürmer ist als benny giert oder als pascal köpke die idee dahinter ist oder war muss man jetzt dazu sagen weil cg ja nun nicht mehr da ist die idee dahinter ist dass das oder war dass köpke ein ähnlicher spieler typ ist wie also ein ähnlicher spieler typ wie julian het war der räume braucht die ihm ein ein mit stürmer der die bälle festmacht gibt so und wenn du dann mit mit mai und köpke spielst hast du immer du hast also ich weiß nicht hat hat sebastian mai in dieser ersten halbzeit einen kopfball verloren einen ball nicht festgemacht kann mich nicht erinnern oder nehmen wir mal die ganzen das ganze spiel ich erinnere mich nicht also ich fand ja komplett korrekt besetzt für dieses spiel und du hast auch gesehen dass fern damit gar nicht klar kam lass uns mal trotzdem wie gewohnt eben kurz auf das 1 0 zu sprechen zu kommen und da ist mir dabei aufgefallen und zwar was mir richtig gut gefallen hat ist dass der msv von anfang an sehr sehr gut dabei war in dem in der situation gut zugestellt hat und ich glaube wie bei sehr sehr vielen drittliga spielen dass beide mannschaften ja auf dem niveau schon gewisse fehler mitbringen und auch anfällig sind die fährler haben in dem moment in der neunten minute einen fehler zu viel gemacht in dem fall sollte ein ball von rechts durch die mitte also eine seitenverlagerung stattfinden der ball kam sehr sehr ungenau und bitter hat dieses sehr sehr gut erkannt zum einen er geht dort schön in den freien raum rein und was dann passiert ist genau das entscheidende denn er geht mit vollspeed dorthin und nimmt ihn nicht großartig an und dreht sich um die eigene achse sondern er geht dieses überschaubare risiko muss man dazu sagen und er spielt den ball direkt aus vollem lauf in die spitze rein genau auf sebastian mai was ja auch demnach seine aufgabe war um den ball zu abzulegen läuft dort rein schaltet aber nicht ab sondern läuft genau eins zu eins durch mal lässt ihn prallen auf jander der wiederum sich in dem moment auch jux in den in die situation in als zehner reingefunden hatte um den ball dann sehr sehr gut auch durch die schnittstelle zu spielen bitter ist wie gesagt durchgelaufen ja dementsprechend schließt ab und tolles tor zu diesem zeitpunkt muss man fairerweise dazu sagen also ganz ganz viele elemente wo man sagt ja sah nach fußball aus sah nach der richtigen ausstellung aus und sah endlich mal nach wie kommt jungs jetzt machen wir es heute mal aus sah nach sah nach mut aus ja wenn du jetzt die bitte aktion nimmst wenn du wenn du diese direkten pässe nimmst klatschen steilspielen sah nach mut aus und wenn du wenn jan da den den letzten beispiel ist es natürlich auch immer eine hohe passqualität der ball kommt immer richtig getimt das ist so er spielt ihn zu selten aber er kommt immer richtig getimt sehr mutig und sorry wenn ich so sage alle alle ziegehater an dieser stelle mal ganz kurz entschärfen genau das wurde trainiert tiefenläufe direkte pässe seiten verlagerungen in der ersten halbzeit auch sehr häufig hervorragend über köter vor allem funktioniert also wie gesagt diese mannschaft hat in dieser ersten halbzeit nicht nur mutig funktioniert und gespielt sondern sie hat auch sehr gut bis auf eine szene das umgesetzt was der trainer vorher mit ihnen trainiert hat definitiv und da springen wir mal heute ein bisschen schneller weil es sind sehr sehr viele menschen hier im stream freut uns natürlich sehr ich glaube ihr seid alle auf 180 demnach wir kommen gleich zum top thema des tages denke ich mal torsten ziegner und der entlassung demnach bleibt auf jeden fall dran wir besprechen trotzdem wie es wie ihr es gewohnt seid mal ganz kurz das spiel kommen aufs 2 zu 0 zu sprechen und der eine oder andere hat es gerade schon geschrieben also das war ja schon mehr oder waren weniger ein brasilianischer außenriss passt von sebastian mai aus der eigenen hälfte heraus sensationell ne auf rechts außen ich weiß gar nicht wer ist es denn da gewesen rechts außen helfen wir mal ganz kurz du ich habe kein bild offen ich ja da ja da war es doch der dann sich nach rechts außen aufgemacht hatte dort schön schön abgebrochen hatte den laufweg innerhalb des 16 meter raums und jetzt musst du dir einfach mal vorstellen sebastian mai abwehrspieler kapitän sollte in dem spiel vorne die bälle halten sollte sie kopfball mäßig verlängern findest du in der eigenen hälfte so ich sag mal so zehn meter vor der mittellinie spielten außenriss pass auf den laufenden startenden kaspar jander über rechts außen der ja auch nicht unbedingt der langsamste ist dringt in den 16er ein und in dem moment wo jander abdreht in die mitte schaut ist mai am 16er und ja vollendet das ding mit der innenseite trocken rechts unten rein zum 2 zu 0 also da stimmt ja auch mehr oder weniger so vieles wo man sagen könnte alter schwede das war schon irgendwie so in typischer stürmer manier und wo sind eigentlich die stürmer die das beim msv normalerweise machen sollen ja ich muss jetzt tierisch aufpassen dass ich nicht diese themen vermische heute und dass ich komplett beim spiel bleibe also ist auch nicht leicht müssen wir allen leuten da draußen sagen ich werde es an dieser stelle wirklich mal tun und nur diese szene beurteilen also hat es sehr sehr gut gemacht dieses fallen lassen vom stürmer schafft natürlich auch wieder räume was steil klatscht also das sind die einfachsten dinge kann man jetzt sagen ja das sagt mir mein trainer in der was weiß ich landesliga auch aber das sind die dinge du sagst es die so oft keiner getan hat und du hast ja auch kein kein spieler der der sich so weit fallen lässt beim msv und gleichzeitig aber so ein robuster zielspieler ist den gibt diesen spieler typ gibt es ja nicht beim msv und deswegen hervorragend also du hast es gesagt in stürmer manier kann man nicht besser machen die nummer kann man aus aus allen gesichtspunkten nicht besser machen er holt sich den ball selbst er spielt einen qualitativ extrem schwierigen und hochwertigen pass und rückt nach und janda spielt das ding ich glaube fast blind in den 16er rückraum weil er weiß dass mei nachrückt also stark und hindere mich bitte daran beim eins zu zwei jetzt gleich über über das training zu sprechen doch ich mache es ja ich glaube wir müssen auch wenn wir nur die tore besprechen wollen eine szene noch mit reinnehmen und ich glaube dass es das grundsätzliche problem nicht behebt hätte oder behoben hätte und dass wir das oder diesen zeitpunkt über den wir heute abend gleich noch ausführlich sprechen wollen dass es den nur aus meiner sicht zumindest ein wenig verschoben hätte kann ich schon mal vorweg nehmen aber ihr seht trotzdem wie nah das alles beieinander liegt denn es gibt noch die es gibt noch die szene wo stierlin nach schöner esswein vorlage flanke wahrscheinlich die beste flanke die beste aktion die ja bislang msv dress so mehr oder weniger abgerissen hat und stierlin aus ja ich sag mal sechs metern relativ unbedrängt zum frei zum zum kopfball kommt und dann demnach vor der halbzeit zum psychologischen drei zu null und ein köpfen kann also ich habe ja alle platzüden rein ihr merkt das schon demnach und auch dort hätte ich wahrscheinlich auf den msv gewettet 100 prozent wäre dass das 3 0 gewesen und dann glaube ich schon wenn du auch mit einer 3 0 halbzeit führung in die pause gehst mit dem aufwind dahinter auch psychologisch gut herausgespielt gibt es den fährlern noch vor der halbzeit ein mit dass es das dann auch wirklich gewesen wäre ist aber in dem fall nicht so gekommen und jetzt kommen wir natürlich auf das gegentor zu sprechen michael denn du sprach gerade an du willst jetzt hier irgendwie nicht die themen vermischen aber besagte was haben wir da gehabt kurz vor der halbzeit und zwar die ja 45 minute also wirklich die letzten sekunden vor der halbzeit pause relativ unaufgeregter zweikampf auf der rechten verteidigungsseite des msv wir haben dort den angreifenden fährler der sich gegen bitter nicht durchsetzen kann weil auch eswein zu hilfe kam also eine 2 1 gegen überzahl auf der rechten verteidiger position demnach gute gute staffelung also da gab es jetzt in dem fall nichts auszusetzen und eswein hat den ball außen und zieht dann mit dem ball wiederum in die mitte richtung 16 meter raum und verliert den ball lässt sich den total einfach abluchsen demnach hat fährlern keine probleme dort in den 16er hineinzukommen corbos dem der treffer am anfang noch zugedichtet wurde ja trifft ihn auch nicht so richtig mit dem linken fuß aus aus 8 9 metern also auch dort wieder wie eng die dinge beieinander liegen trifft den ball nicht richtig schießt mit links irgendwie low coach noch davor stehend und das ding eiert anders kann man es ja gar nicht sagen durch den kompletten fünf meter raum zum 1 zu 2 in der 45 minute auch da wieder psychologisch schlecht für die eine gut für die andere mannschaft aber und ich glaube da waren sich wirklich alle alle einig das darf einem spieler wie alex eswein egal ob der jetzt drei wochen im training ist zwei tage oder 45 jahre niemals auf dem niveau passieren eine sekunde vor der halbzeit schlag das ding hau das in die tribüne machen handspiel keine ahnung leg dich drauf mach irgendwas nur mach nicht das was du gemacht hast ja und ziegert genau darüber sehr oft am mittwoch beim training gesprochen und hat solche ball verluste oder so ein ein wir wir lassen uns ein engen und und passen den ball dann noch mal in diese enge hinein anstatt ihn irgendwo hin zu klären das hat er jedes mal hat er das spiel unterbrochen hat das hat das spiel gestoppt im training und hat gesagt das dürfen wir gegen ferl nicht machen da laufen wir in die falle so und ich weiß nicht wo es war als ich das dreimal im training gehört habe kann ich dir nicht sagen ich kann aber sagen was mir in dem moment und wir haben uns ja gerade offline schon mal dazu kurz abgestimmt beziehungsweise ausgetauscht ich saß leider gottes am freitag sonst wäre ich am start gewesen haben mich auch einige leute ebenfalls gefragt konnte aber leider nicht habe im magenta stream geschaut und war bis zum 20 oder bis fast zum 30 ja was ja möglich gewesen wäre war war generell zufrieden ganz klar muss aber auch fairerweise dazu sagen dass ich bei dem 12 nicht nur tippscheine von leuten bekommen habe die es mir per whatsapp zugeschickt haben mit sieg auf ferl sondern ich auch in dem moment schon gedacht hatte ulm da war doch was ja also ja da bist am ende natürlich mit einem punkt rausgegangen okay so ja aber da waren die letzten 20 30 minuten ja auch eher so dass es noch hätte es verlieren können und müssen vielleicht sogar unterm strich dass du gegen einen kleinen gegner 1 0 am anfang geführt hast dass du gut in die partie generell reinkamst darf ich ganz kurz einhaken wir wir sind ein kleiner gegner das muss mal in die köpfe von uns allen rein wir sind ein kleiner gegner wir spielen seit drei jahren spielen wir richtig beschissenen fußball und richtig unerfolgreichen fußball und sich dahin zu stellen ich verstehe das aus fansicht deswegen aus deiner sicht ich gebe dir hundertprozentig recht dass aus sicht des msv duisburg als fansicht ferl ein kleiner gegner ist aber wir müssen akzeptieren dass wir sportlich guck dir das an was da seit drei jahren passiert fünf trainer in drei jahren keiner hat geschissen gekriegt und ferl spielt dreimal besseren fußball als wir ja der verein ja der verein ist größer aber die mannschaft nicht ja wird ja wahrscheinlich gleich auch noch ein thema sein wenn wir darüber sprechen wollen aber entschuldigung da müssen wir sagen da müssen wir das fast natürlich größer aufmachen und sagen die kleineren vereine warum spielen die den besseren fußball warum haben die geilere spieler ich meine ich glaube nicht dass das ferl einen höheren marktwert hat und höhere gehälter zahlt als msv scheiß auf marktwert scheiß auf gehälter wenn du esswein kaufst hast du hast du marktwert und eine gehaltstruktur der bringt aber trotzdem nicht mehr als ein castaneda der 18 ist genau und warum spielt der msv dann so scheiß fußball und warum spielt ferl seit vielen jahren guten fußball ja habe ich gerade mit einem satz beantwortet weil wir einfach eine falsche kaderstruktur haben wir kaufen seit seit jahren kaufen wir leute ein die glauben sie wären noch gut ja und deswegen beim msv duisburg irgendwie fußball spielen und denken ja das den trainer mal reden ich habe erste liga gespielt ich habe das und das gespielt ich habe was weiß ich gespielt borussia dortmund u19 lasst die alle mal reden ich bin taktik geschult am ende ist es das was uns den arsch kostet dass die leute alle nicht komplett das umsetzen was unsere trainer seit drei jahren fordern so und ich habe die schnauze voll auf gut deutsch von diesen namen die wir immer einkaufen gibt mir stefan ich kann dir einen grund sagen warum wir kurz vor ende der transferperiode alex eswein kriegen weil ihn keiner will weil alle anderen weg sind weil wir vorher kein geld da hatten warum ist alexander eswein ein drittligaspieler weil er zu dem zeitpunkt wo wir ihn geholt haben noch nicht gewollt wurde weil ganz einfach ja und jetzt hört auf diese leute zu kaufen hört auf in diese schatulle zu greifen ja man aber zu der ehrlich scheiß auf scheiß drauf ob ob janda aus aus duisburg kommt oder oder castaneda aus aus den usa aus florida kommt ist mir scheißegal aber guck dir an wie leute fußball spielen guck dir an wie der charakter von leuten ist und verpflichte sie dann dann kannst du nicht nicht sie dann aus frankreich sondern verpflichte sie dann und dann kannst du mit einer mit einer mannschaft fußball spielen die dir zuhört die dir zuhört du kannst bei jedem trainer der vergangenheit bei uns war wenn wenn wir komplett umgesetzt hätten was sie gesagt haben dann hätten wir nicht so schlechten fußball gespielt aber zwei dinge dazu zum einen und da lasse ich auch nicht das argument von vor zwei oder vor drei wochen gelten dass der verein seine finanzen erst im mai oder so beisammen hat kommt auch noch dazu zum zum teil zum teil ich verstehe das und ich verstehe auch den gedankengang den du dahinter hast trotzdem warum verpflichten wir den dann im august warum nicht andere alternativen warum nicht andere möglichkeiten warum nicht er ja also auch das nicht er kann ich dir erklären geld ist nicht da ja aber es dem zeitpunkt ja aber du hast ja warum wir die spieler nicht du hast ja jetzt mit esswein doch schon ein schwergewicht verpflichtet auch von der kohle wahrscheinlich her von drittliga kann ich nicht beurteilen sagen wir mal der verdient 250.000 im jahr sagen wir mal ich kann es nicht beurteilen ja ich sage das aber ich sage jetzt der verdient 250.000 im jahr ich könnte dir wenn ich jetzt die statistiken alle aufmache wahrscheinlich 250 spieler in der dritten liga aufzahlen die weniger als 250.000 verdienen 100 prozent 100 prozent ja wirklich wirklich das ist das eine das andere ist ich meine auch die kombination sportdirektor trainer die haben den verpflichtet ja 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 moment wir sind hier wir sind hier noch nicht dabei wir sind noch nicht bei der trainer diskussion lassen sie in die zweite halbzeit gehen ja 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 noch mal ihr werdet euch gleich wundern wir reden hier nicht darüber dass dass ich es falsch finde dass zika entlassen wurde da sind wir noch gar nicht vielleicht sind wir da auch gar nicht heute bleibt dran wer weiß es wird spannend bei fast 200 300 leuten hey leute ladet alle hier eure freunde eure nachbarn noch ein 300 das wäre mal richtig fett und demnach bitte noch mal liken 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 damit wir gleich die 100 likes voll haben denn es gibt noch so so viel zu besprechen heute haben das kann ich schon mal versprechen ja es wird länger es wird auf jeden fall eine sondersendung xxl aktenzeichen ungelöst werden kommen wir aber mal bitte zum ja was heißt bitte zum das hört sich schon so beschissen an aber es ist ja nun mal so müssen wir müssen wir können wir können wir schnell durchgehen ja lass uns mal bitte dass uns ich glaube es interessiert die leute nicht wie die gegentore zustande kommen und wie wir das ding verlieren lasst uns schnell zu der diskussion kommen die alle interessiert gut dann kommen wir mal trotzdem zum 2-2 mai korbus der an dem tag natürlich mal wie soll es sein das überragendste spiel seiner karriere gemacht hat gegen seinen alten verein damals in der zweiten mannschaft für den msv gezockt hat demnach sie nicht komplett richtig durchgesetzt hat mittlerweile sehr sehr lange schon beim sc fair ist kapitän ist ball kommt über außen in den in den strafraum wird im ersten moment noch geblockt und das war dann irgendwie geführt auch in der zweiten halbzeit so generell so ein stück weit das problem jeder nicht mehr so agil nicht mehr gedanken schnell genug jetzt will ich da in dem moment zumindest in der letzten konsequenz keinem unbedingt den 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 vorwurf machen klar ich weiß auch ich habe auch gelesen warum kann müller da nicht springen warum kann der da nicht schneller hingehen aber ich glaube das ist schon sehr sehr mühselig denn am ende ist es ein ball der zu einfach durch 5 meter oder durch den 16 meter raum geht über außen 45 man werden mit einem pass ausgehebelt die ganze mitte ist mehr oder weniger frei es gibt keine recht rechtsabsicherung korbus kommt mehr oder weniger frei zum schuss blockt noch dementsprechend köter den ball kassaneda auch zwei meter zu weit weg und müller naja aus fünf metern kann man sich da mal hinterher werfen aber in dem fall würde ich trotzdem sagen jetzt nicht unbedingt der krasseste torwart fehler von daher korbus mit dem 2-2 und dann lass uns direkt mal bitte mich ja nachdem wir glaube ich alle schon mindestens zu dieser phase des spiels das gefühl hatten boah das geht jetzt hier komplett in die hose weil also die leute die zumindest den stream geguckt haben davon war ich ja einer da sagten auch die experten und kommentatoren die anfangs auch begeistert waren vom msv das muss man fairerweise dazu sagen es gab ja auch anlass dazu genau es gab ja auch in den ersten 40 minuten anlass zur begeisterung dass wenn man das mit dem vergleicht was in den letzten monaten passiert ist dass das spiel jetzt kippen wird und dann gab es noch das eine und das andere aber wie es so schön kommt für den msv in dieser zeit mal wieder eine standardsituation also eine ecke die im ersten moment gut geklärt wird was heißt gut geklärt wird aber sie wird zumindest geklärt der ball kommt nach nach vorne in den 16 meter raum wo korbus mal wieder lauerte und ja irgendwie gefühlt so eine ähnliche abfolge von dem 2 zu 2 ausgleichstreffer also dort und das hat mir zumindest bei dem tor ich will jetzt nicht sagen imponiert das wäre jetzt das falsche aber du hast einen korbus finde ich angesehen der wollte der wollte diesen treffer der wollte diesen abschluss zumindest in dieser aktion zu 100 prozent denn er nimmt sich das herz er schließt sofort ab und der ball wird geblockt er geht sofort hinterher all das was der msv in den ersten 15 minuten gemacht hat und zieht dann noch trocken ab durch freund und feind geht dann in der letzten sekunde mehr oder weniger zum 3 zu 2 sieg treffer ins netz rein und auch dort würde ich sagen ja stehen acht mann vor ihm müller fährt noch das bein aus aber ob da jetzt großartig chance war weil sie nicht demnach verliert der msv 3 zu 2 gegen den scfl danach gab es sehr sehr laute pfiffe rufe ziegner raus und du hast noch einen ja ganz kurz noch wenn wir wenn wir die halbzeit rund machen wollen müssen wir ganz kurz über eine über eine szene sprechen abseits tor war ein abseits tor war kurz vorher zehn zentimeter benigiert und wir gehen drei zwei in führung dann läuft pascal köpke auf den torwart zu wird aus meiner sicht zu fall gebracht kurz vor dem 16er ist für mich eine rote karte das sind alles dinge die auch noch zusätzlich zu einem richtig richtig schlimmen spielerischen verlauf ab minute 40 auch noch dazu beigetragen haben dass in diesem spiel wirklich alles gegen uns gelaufen ist ja demnach verliert der msv duisburg 2 zu 3 gegen es fair ich habe es gerade schon gesagt wir sind mittlerweile tabellenletzter lasse euch das auf der zunge einmal zumindest bis nächste woche zergehen im negativen sinne und mich ja wir müssen einfach unsere schuld hier nachkommen und müssen spieler des spiels müssen trotzdem einen spieler des spiels benennen und das tun wir heute mal mit folgender grafik zebra des tages und zwar was hier denn kollege bürosysteme lilienthal der guido ist ebenfalls am start und wir haben vier nominierte ich kann es kurz machen wenn du möchtest kann ich anfangen ich nehme beide außenverteidiger und sage tim köther und joshua bitter kommentarlos sagen relativ kommentarlos dann mache ich es auch kommentarlos basti mai und santi castaneda perfekt demnach habt ihr jetzt ein wenig zeit um die umfrage mal zu starten du kannst ja noch mal ganz kurz ein zwei ausführungen zum spiel weil damit ich das ganze hier einzeln tippen kannst weil das spiel ja so viele leute interessiert nein also dieses spiel das muss man sich mal wenn man wir werden auch noch über die spielnote jetzt sprechen und da fange ich vielleicht schon mal einmal an denn wenn du dieses spiel durch sprichst die ersten 40 minuten gebe ich eine 9 von 10 und im anschluss gebe ich eine 2 von 10 das ist halt ein wahnsinn was innerhalb eines spieles für für welten aufeinander prallen also wirklich unfassbar wie sich dieses spiel entwickelt hat werde ich gleich noch mal was zu sagen im übrigen hat sich das spiel dass das was in der zweiten halbzeit passiert ist war nicht das was plan des trainerteams war also lange bälle zu schlagen weil man irgendwie da vielleicht ein bisschen ängstlich war weil man zwei stürmer gegen sich sah lange bälle zu schlagen war nicht der plan vom trainerteam und dieses konzept für dieses spiel was in den ersten 40 minuten aufgegangen ist wurde dann aus vielerlei gründen innerhalb der mannschaft über bord geworfen und nicht von außen also keine langen bälle als ansage vom vom trainerteam ist das jetzt mehr oder weniger schon deine spielnote des tages also wenn ich jetzt neun ja zusammenzähl durch zwei das hat das das hat es nicht verdient das wären zu viele neun und zwei sind fünf ne sechs fünfeinhalb ich gebe ja da kommen ich gebe dieses spiel wenn du am ende des tages denkst du dir da möchtest du eine eins geben aber ich gebe eine fünf aufgrund der ersten halbzeit jetzt wird der ein oder andere gleich aber ja du gibst eine zwei ist alles gut ich verstehe dich ich habe sogar gespannt weil ganz ehrlich kommen wir jetzt gleich beim thema des tages drauf mich meinen wie oft haben wir das schon gesagt kommen wir gleich kommen wir gleich kommen wir gleich aber ich nehme schon mal einen punkt von meiner von meiner liste die ich mir hier mehr oder weniger aufgeschrieben habe nämlich schon mal vorweg mir ist das einfach insgesamt viel zu dünnen wenn wir immer sagen boah da haben wir doch hier 20 minuten da oder haben wir doch da 20 minuten und haben wir mal hier fünf minuten geil gespielt die wahrheit ist ein fußballspiel geht 90 minuten das ist auch kein geheimnis du führst 2 0 gegen den erste fern und du führst gegen den erste fern zu hause und ja ich habe gerade gelernt und das habe ich auch die letzten drei jahre das kann mir jeder glauben wir sind nicht der msv duisburg der wer vor 20 jahren mal waren oder der war und vor zehn jahren waren das weiß ich trotzdem verlierst du unterm strich zwei zu null führst du zwei zu null gegen eine mannschaft gegen den erste fern die ein zwei drei vier gute fußballer haben die generell eine gute ausrichtung haben die glaube ich auch ein ganz gutes trainerteam haben die insgesamt entwicklungen hinter sich haben der letzten drei jahre in dieser dritten liga angekommen sind all das verstehe ich aber egal in welchem podcast format der welt und egal in welchem podcast format der welt unserer kapitän zu gast ist ist es mir einfach immer viel viel zu dünn zu sagen da haben wir doch hier zehn minuten gespielt und haben wir da 20 minuten interessiert mich unterm strich nicht denn ich bewerte 90 minuten und wenn ich ein 90 minütiges spiel bewerte und sehe dass wir nach 2 0 führung zu hause 2 zu 3 gegen erste fern verlieren sorry da brauche ich auch nicht ein punkt für erste halbzeit oder für die zweite halbzeit und dann brauche ich auch nicht zehn für die zweite oder erste halbzeit geben sondern da gebe ich gesamtheit nicht gebe ich hier 1,5 oder ein punkt für das komplette spiel weil ich sage es auch wirklich ganz ehrlich am ende gibst du diesen einen punkt für die gesamte sechs spieltage oder ja auch gefühlt klar aber mich fakt ist gerade so und ich sagte es wirklich ja ich finde ich bin doch zu 100 prozent bei dir dass ich versuche es nur mathematisch zu lösen dass die ersten 20 minuten mich ein scheiß interessieren wenn ich sehe wie wir in der zweiten halbzeit und auch wir sind verunsichert und hier ich weiß das spielt schon eine gewisse rolle ja aber guck dir auch mal die leute an zum teil die bei uns auf dem feld stehen also hat den basti meyer zum kötteln in der buchse oder an pascal köpke oder oder hier alexander eswein ja bei dem gegentreffer zum 1 2 da könntest du das gefühl haben dass er es hatte ja auf der anderen seite machen wir uns nichts vor die jungen leute wie mogutai janda castaneda das sind hier gefühlt immer die besten bei uns angstfrei das heißt angstfrei sind die noch das musst du nutzen das heißt ich frage mich an wem liegt es denn dann letztendlich so und das ist eine und demnach machen wir kurz absolute minus leistung auf die gesamte partie gesehen für meine verhältnisse und deswegen mache ich dann strich und sage ein punkt in der spielnote aus emotionaler sicht 100 prozent verständnis für diese bewertung ja und jetzt haben wir es hier groß und fett angekündigt es ist stefan sag mal einmal die minute wie lange sind wir online 39 16 jetzt so also ab minute 40 liebe leute könnt ihr mal in den in die kommentare nach der sendung schreiben ab minute 40 geht es um die trainer entlassung genau wir haben ja immer ein zwei leute die uns da unterstützen vielen dank dafür ihr seid wie immer wunderbar und ich weiß nicht ob ihr es schon gesehen habt ich bin jetzt umgestiegen in mein kaltgetränk und hier hat den guten cola whisky cola whisky cola was gekramt nachdem ich ja letzte woche mehr oder weniger in essig lag erst einmal wieder hier ein schluck dann lass uns dann lass uns an dieser stelle stefan cheers auf alle verflossenen trainer während wir das hier gemeinsam machen ich kann mich noch ich kann mich noch daran erinnern dass wir als ich auf dem fahrrad saß und mit dem fahrrad kurz angehalten habe als wir ein breaking gemacht haben zur entlassung von hagen es ist als wäre es gestern gewesen prost auf dich ziege auf dich micha auf dich hagen tschüss also ich muss ganz ehrlich sagen also du hast gerade schon angerissen so viel kann man gar nicht saufen um sich zum einen die leistung schön zu 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 schauen und auf der anderen seite um hier jedes mal eine trainer entlassung zu besprechen und wer macht es denn letztendlich ebenfalls von daher erst mal wir hatten noch nie 300 zuschauer nehmt jetzt sofort euer endgerät und schaltet noch mal mit dem dritten vierten fünften sechsten schaltet ab von nfl da gibt es eh nur werbung kack spiele also bei uns gibt es nur bürosysteme ja genau genau wird präsentiert jetzt die trainer entlassung wird ihnen präsentiert von von bürosysteme herrlich ach wenn sie war ja eh eh ganz ehrlich stefan es es könnte nicht besser sein weil er musste ja seinen stuhl nehmen da ist sogar der whisky mir zu trocken nein so komm ernst ernst jetzt kommen wir zu den fakten ich muss sagen das ganze hat sich natürlich dann schon mit abpfiff des freitags spiel so ein stück weit abgezeichnet demnach sehr sehr laute ziege rausrufe torsten ziegner oder ziegner rausrufe es gab dann anschließend die pressekonferenz die hat auch schon ein stück weit für für wirbel gesorgt ich habe sie bei der vorbereitung auf diese sendung mir heute parallel drei viermal angehört weil ich ja wusste dass sich da einige drüber aufgeregt haben ich konnte da jetzt nicht so die extreme heraushören gab es da was was ich überhört habe oder ist es einfach hier ging es um den um den ging es um die antwort von ziege auf die eine frage wo er sagte ist das jetzt eher ernst oder sowas ging jetzt darum oder warum geht es ja irgendwie hatte ich heraus gelesen dass sich irgendwie gegen die zuschauer richtet von dem was er gesagt hat gegen die zuschauer ja oder das habe ich gelesen ich will jetzt hier nichts falsch also ich habe die ich habe die pressekonferenz hinterher beim msv youtube-kanal mir angesehen ohne den kommentar zu kennen dass es irgendwie gegen die fans ging ich konnte es nicht raushören tut mir leid dann lassen wir das mal so ein bisschen stehen so im magenta interview nicht auf der pk ich lese gerade dass es um das magenta interview geht und nicht um die habe ich jetzt spontan so aber auch nicht nicht auch nicht empfunden für ihn war es normal glaube ich dass es passiert weiß ich nicht also ich habe das kann ich an dieser stelle vielleicht mal sagen ich habe in den letzten wie lange war er jetzt da keine ahnung ein jahr anderthalb jahre anderthalb jahre anderthalb jahre ich glaube er hatte mai damals über also die letzten beiden spiele hat er noch also ein einviertel jahre ich habe in den letzten anderen vier jahren relativ viel mit torsten ziegner gesprochen persönlich telefonisch wir haben gestern noch telefoniert am samstag nach dem nach der entlassung also eins kann ich euch sagen liebe liebe fans liebe zuhörer liebe zuschauer torsten ziegner hat nicht einmal auch nur einen ansatz von negativem wort über die fans gelassen so und dann versuchen wir mal alles hier ins rechte einsortieren das wird nicht leicht ins richtige licht zu rücken zwei zu drei niederlage am freitag pk interview bei magenta sport und dann wurde demnach getagt wie man ja so schön sagt zwischen präsidium und ralf felskamp also demnach wurde dann über die aktuelle situation entschieden und man kam dann zum entschluss dass demnach finde ich übrigens auch so ein bisschen lustig so wie ich herausgelesen habe zumindest bei reviersport wurde dann demnach abgestimmt wer ist dafür dass er weitermacht und wer ist dagegen also soll ja wohl auch unterschiedlicher meinung gewesen sein und diejenigen die zwischen den zeilen lesen können wenn ihr herausgefunden haben dass anscheinend und das ist jetzt hier kein spoiler und das ist jetzt auch keine behauptung dass es jetzt einfach von mir mal eine steile these dass dementsprechend hesskamp ja glaube ich noch zu ziegner gestanden hat nicht nur ralf hesskamp alle drei geschäftsführer alle drei geschäftsführer okay das kann ich an weil das kann ich an dieser stelle sagen das weiß ich nicht von ziege fand ich aber auch lustig auch der für marketing verantwortlich ist der es gibt es gibt drei geschäftsführer es gibt drei geschäftsführer monop wolf und ralf hesskamp und entschieden wurde das ganze über die köpfe der geschäftsführung von der vereinsführung also von ingo wald welche gremien jetzt dort auch noch in das in die entscheidung von ingo wald hinein die hand gehoben haben kann ich dir nicht sagen aber es war eine entscheidung von ingo wald und anderen gremien die geschäftsführung war geschlossen für einen verbleib von torsten ziegner genau und parallel und gott habe ihn lieb deswegen er war noch nie so wichtig wie heute abend andreas rösser vielen dank dass du mich darauf noch mal aufmerksam machst gab es auch sehr sehr viele unterschiedliche kommentare von naja ich sag mal prominenten von von außen dastehenden und natürlich von vielen vielen fans die mehr redest du von joachim lambi wir haben gestern noch privat geschrieben nach dem spiel weil ich das nicht akzeptiert habe was er geschrieben hat er hat mich dann dieses mal tatsächlich persönlich angeschrieben was ich schon mal gut fand und ich habe ihm dann wieder meine meinung dazu gesagt weil es ist mir einfach immer zu pauschal es ist mir einfach immer zu pauschal und wir müssen jetzt hier nicht über lambi sprechen aber das problem ist und das verstehen die leute immer nicht eine meinung von jemandem mit dieser reichweite ist eben nicht nur eine meinung denn wenn lambi irgendetwas irgendetwas bei instagram von sich gibt dann steht das hinterher bei liga 3 online dann steht das hinterher bei reviersport und das ist das problem und dessen muss sich ein mensch einfach bewusst sein das kritisiere ich denn alles wirklich alles was er schreibt ist nicht fundiert weil ich ihn noch nie gesehen habe wie er sich ein training anschaut wie er die arbeit der trainer wirklich beurteilt hat deswegen akzeptiere ich das nicht und das habe ich ihm gestern persönlich auch noch mal geschrieben und damit sind wir fein und alles gut thema beendet gehört aber zu der thematik natürlich trotzdem dazu weil es für sehr sehr viel aufruhr so wie du ja auch gesagt hast gesorgt hat auch unter den fans ne also gab ja sehr sehr viele post in verschiedenen gruppen deswegen unabhängig davon dass die essenz den trainer zu entlassen nicht falsch sein muss dass das dürft ihr nicht immer in einen top werfen genau das das lassen wir jetzt mal so stehen und demnach gab es dann gestern die breaking news also samstag vormittag wurde dann torsten ziegner zusammen mit seinem co trainer micha heimisch heimisch sorry an dieser stelle aber er hat sich heimisch gefühlt bei ja er hat sich sehr heimisch gefühlt und ja dementsprechend von den trainer tätigkeiten entbunden von daher freigestellt worden und der msv mittlerweile demnach ohne trainer oder zumindest cheftrainer unterwegs und wir müssen jetzt mal natürlich auf der anderen seite das thema torsten ziegner so ein stück weit beleuchten das gerade so schön gesagt ein ein viertel jahre hier beim msv am start gewesen und so eine richtige so eine richtige 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 erfolgs story ist es ja unterm strich dann doch nicht gewesen denn jetzt werden wahrscheinlich gleich so ein stück weit die meinung auseinander gehen du hast immer mehr oder weniger jetzt gerade schon angedeutet naja heißt ja jetzt nicht dass ich nicht dafür oder nicht dagegen bin also grundsätzlich müssen wir eins schon mal festhalten um das ja auch den leuten wenn wir jetzt gleich ein bisschen tiefer einsteigen schon mal noch mal vor augen führen denn auch wir haben ja mittlerweile eine kleine reichweite michael persönlich schon mal gar nichts weil ich zumindest viel zu weit weg ja und generell als typ hat er sich für mich relativ authentisch angefühlt wusste glaube ich um den msv besteht oder bestehend und wie du ja auch gerade gesagt hast ich glaube ist ja auch eine geile nummer gewesen bei diesem fanpotenzial egal ob jetzt mittlerweile kleiner oder großer verein also da auf der ebene kann man ihm ja kaum was oder bis gar nichts zu schulden kommen lassen genau gehen wir erstmal in diese ebene in diese allgemeine ebene weg vom sportlichen finde ich einen super ansatz ist auch bei mir der erste punkt ziege hat sich zu 100 prozent mit dem verein identifiziert er hat dinge getan die andere trainer nicht getan haben es gibt ein zitat von sponsoren ziege mit dir machen wir das und nur mit dir sagt auch was aus er hat selbst von sponsoren termine wahrgenommen als er eigentlich in urlaub war zwischen den saison hat er noch termine mit sponsoren gemacht er war fernah er hatte kein problem damit ganz offen über die dinge zu sprechen die er macht dinge die er vorhat dinge die er empfindet dinge die er bewertet das hat er nicht zuletzt dann bei mir im interview dann auch gemacht und hat kein problem damit auch im nachhinein und das ist eine sache die möchte ich an dieser stelle aus aus meinem gespräch mit ihm von gestern einmal wiedergeben der rest bleibt natürlich hier raus aus der sendung aber eine sache möchte ich an der stelle sagen er er glaubt und er weiß dass er alles mit 100 prozentiger überzeugung getan hat was er getan hat er kann sich keine falsche keine falschheit vorwerfen keine keine fehler im prinzip das heißt er hat sicherlich dinge falsch gemacht dem ist er sich komplett bewusst aber er kann trotzdem wenn er jetzt nach hause fährt in den spiegel schauen und sagen ich habe das immer komplett ohne egoismus getan ich habe alle entscheidungen so getroffen mit dem gedanken dabei dass es das beste ist für diesen verein um sportlich besser dazustehen so dass das mal als als feedback so unabhängig von allen sportlichen beurteilungen rein menschlich und da stimme ich ziege vollkommen zu denn ich weiß nicht ob irgendjemand hier das gefühl hatte dass er in irgendeinem format oder in irgendeinem in einer pressekonferenz oder wo auch immer dass er nicht er selbst war dass er nicht sich mit dem verein identifiziert hat und bis auf den dialekt war er tatsächlich auch ein typ wie wir muss man sagen während dessen krieg ran anrufe ich werde bekloppt weil wir sind fast 300 leute es ist herrlich michael also stell dir jetzt einfach nur mal vor du hast zwar gerade gesagt wir sind nicht mehr der msv duisburg aber stell dir vor wir würden in die zweite bundesliga aufsteigen da hätten wir hier demnächst ja karneval weihnachten und 100 jähriges jubiläum zusammen ja alles gut ich möchte an dieser stelle einmal ganz kurz und dann dürft ihr gerne noch mal drüber nachdenken bevor ihr was in den chat schreibt schreibt wir werden gleich das sportliche auch beleuchten ich alles das was wir hier gerade allgemein über die person torsten ziegner sagen ist kein argument dafür dass er hätte bleiben sollen ihr müsst mal ein bisschen schlauer zuhören weil holger müller wir haben ja schon häufiger das gefühl das vergnügen gehabt wir beide herzlich willkommen um das menschliche geht es nicht gar sondern um seine arbeit als trainer ja stimmt am ende ja aber wir reden hier gerade über den mensch torsten ziegner bevor wir seine arbeit beurteilen wir werden es schon gleich noch tun geduld liebe und ich habe auch noch eins nachdem du es glaube ich getan hast ich über den potpolster kanal gestern getan habe schöne grüße und herzlichen glückwunsch nachträglich zum geburtstag sascha kleinpasst habe ich nicht vergessen habe ich auf gar keinen fall vergessen ist einer der zuhörer und zuschauer noch aus der mic zeit also von anfang an dabei gewesen gründungsmitglied könnte man der ersten stunde der ersten stunde der ersten sekunde sogar ich glaube geh mal in den ersten live podcast damals noch auf youtube und guck dir mal den ersten kommentar an da war ich noch aus dem häuschen heraus aber soll uns auch gar nicht weiter stören denn du hast schon jetzt gerade vorweg genommen wenn du wieder gesundheitlich fit bist und zwar wir müssen generell mal drauf schauen wenn wir jetzt weg vom menschen torsten ziegner kommen mal zur sportlichen statistik oder zum generellen denn am ende geht es darum ja denn darum und das sind wahre worte michael darum geht es am ende und ich hatte mir vorgenommen nicht des tages zu sagen aber heute mache ich das mal wieder nach drei jahren abstinenz oder nach zumindest drei monaten abstinenz und ich blende es einfach mal ein und das ist nur weil ich auch bei facebook gesehen habe dass da noch ein anderer punkteschnitt kursiert das ist die punkte ausbeute in den meisterschaftsspielen der dritten liga demnach 46 spiele 12 siege 17 unentschieden und 17 nieder niederlagen bei 62 zu 70 toren 53 punkten und 1,15 punkten im schnitt unter torsten ziegner demnach komme ich zu meinem ersten punkt und sage so wie sich das letztes jahr angeführt hat in einer konsolidierungssaison so möchte ich jetzt erst mal das ganze ausrufen wo wir uns als fan bewusst wurden wir sind nicht mehr in der msv duisburg wir befinden uns in einer übergangssaison ein neuer trainer dem mehr oder weniger ein stück weit auch die hände gebunden waren aufgrund der vertragssituation der einzelnen spieler ist das für uns einfach mal das was wir nehmen müssen so bis dahin dann kommt hinzu aber auch die kehrseite dass wir auch dort die meisten können es wahrscheinlich gar nicht mehr hören aber wir im niederrhein pokal frühzeitig ausgeschieden sind wir beide wir beide spiele gegen rot weiß essen nicht gewonnen haben beziehungsweise gewinnen konnten dass wir eine eklatante heimbilanz aufzuweisen hatten auch letztes jahr was für mich egal welchen punkte schnitt wir erreichen für einen msv duisburg für einen msv duisburg fan exorbitant wichtig ist dass du zumindestens in den heim spielen deinen leuten deine treuen anhörer hängerschaften irgendwie was anbietet und wenn ich mir die spiele insgesamt der letzten jahre gerade zu hause anschaue dann grenzt das für mich gefühlt gefühlt an arbeitsverweigerung bis zu ich kann überhaupt gar kein fußball spielen das muss ich mal ganz ehrlich dazu sagen weil das ist unterm strich mal so gar nichts und das hat sich auch unter torsten entschuldigung in der saison als auch in der neuen saison gerade bei den heimspielen so gut wie gar nicht geändert bevor du weiterredest darfst gerne weiterreden ich habe eine bitte an alle leute im chat werdet ihr so freundlich und würdet mal einer von euch gerne mal raussuchen wie ist die heimspiel statistik der trainer hagen schmidt pavel dort chef ich möchte einfach mal wissen ob es ob es sich schon so lange zieht oder ob nur torsten ziegner so eine katastrophale heimbilanz hat das würde ich gerne einfach mal wissen ich lache nur weil ich würde mir wünschen dass andreas rösser das macht okay also heimspiel statistik würde mich sehr sehr stark interessieren insgesamt kann man es vielleicht auf den punkt bringen habe ich mir auch aufgeschrieben vier siegel aus 26 ligaspielen im jahr 2023 und ich glaube auch um da noch mal anzusetzen da haben wir uns ich will jetzt nicht sagen ein bisschen was vorgemacht aber für einen verein wie den msv mit all den möglichkeiten oder mit all den dem all dem rucksack den du aufgeladen bekommen hast in zeiten auch von corona und hier und damit mit gino übergang und hast du nicht gesehen warst du natürlich gebrannt markt wie kaum ein zweiter ja und dass du dann in so eine saison gehst und gefühlt immer mal wieder nach anfänglichem guten start zwischen platz 9 und 14 rum schwingt dass du dann schon das gefühl hast auf fühlt sich ja mittlerweile schon wieder relativ befreiend an ja wir mit dem abstieg nichts zu tun war für mich eher so ein trugschluss denn am ende des tages weil auch diese saison jetzt irgendwie nicht fisch nicht fleisch sondern war eher tendenziell irgendwie so auch jetzt nicht gerade geil ja und deswegen gesamtheitlich von der von der bilanz her ihr seht es da kann man das sportlich und ich glaube das wäre der erste punkt den wir jetzt haben und da haben wir beide den gleichen punkt 100 prozent da gibt es ja also ganz ehrlich torsten und das muss man fairerweise dazu und ich glaube da sind wir auch zu dritt mit torsten ganz vorsten ziegner und ich wissen alle drei glaube ich dass du mit der bilanz einfach keine argumente hast und ich habe mir noch mal und du hast dir auch ein paar mal angehört oder angeguckt die pressekonferenz wie oft hat ziegel gesagt erfolge sind alternativlos oder punkte oder ergebnisse sind alternativlos ich glaube ziegel hat das an dem abend schon geahnt dass das vielleicht nicht reichen könnte so also es ist ja es steht ja außer frage dass ein verein in der dritten liga der andere ziele hat als vielleicht noch mal die saison zu retten ja dass ein verein dann diese entscheidung treffen muss das steht außer frage dass du mit einem mit einem punkteschnitt den den ziege hatte da nicht einfach weitermachen kannst das einzige was mich jetzt so ein bisschen stört na es hat mich an dem tag hat es mich sehr gestört aber insgesamt stört es mich nur noch ein bisschen dieses spiel war jetzt nicht gerade das spiel was gegen den trainer gesprochen hat denn du hast gesehen dass die mannschaft nicht gegen ihn spielt in der ersten halbzeit dass das komplett gesehen sonst sonst hätte das konzept nicht sofort gegriffen und sie haben auch gekämpft und sie haben aktiv mutig gespielt aber dieses spiel hat eben auch gezeigt dass diese mannschaft nicht in der lage ist mit rückschlägen umzugehen und das ist vielleicht auch das was man dem trainer vielleicht dann auch vorwerfen muss dass er das nicht hinbekommen hat diese verschiedenen charaktere in dieser mannschaft alle dahin zu bekommen dass sie keine angst mehr haben also das ist vielleicht das was man aus diesem spiel heraus dann gegen den trainer lesen kann ansonsten würde ich sagen ist das kein klassisches gegen den trainer spiel gewesen und noch mal du hast es ja auch gerade in der spiel analyse gesagt ne geht der kopfball von stierlin rein dann gewinnst du dieses spiel vielleicht 5 1 so wenn du 3 0 zur halbzeit führst wer weiß das schon festen konter ne so es ist manchmal sehr sehr eng beieinander so ich will damit nicht sagen dass die entscheidung falsch ist ich will damit nur sagen dass nach so einem spiel die entscheidung die fühlt sich für mich so ein bisschen komisch an es gab einige spiele wo ich wo ich wo ich die entscheidung gegen den trainer eher verstanden hätte als nach diesem spiel das will ich nur einfach mal sagen grundsätzlich sind dir bei den punkten die du geholt hast irgendwann die hände gebunden du musst es entscheiden macht bei eben noch zwei endgeräte an bekommen bei 298 muss ein screenshot machen hier 298 kommen bei eben doppelt und dreifach einmal hier nur dem sv nur der stefan stefan freut sich freut sich für unsere arbeit auch kommen ja okay aber stefan möchte ganz gerne alle drei wochen den trainer entlasten wissen damit wir hier immer höher als hohe zuschauerzahlen man jetzt haben drei wieder abgeschaltet ich werde ich werde weich 295 leute okay es ist schon traurig ist schon traurig aber der folge halber ich habe hier trotzdem noch mal die letzten sechs trainer von uns eingeblendet damit auch noch mal deutlich wird in was für einem generellen denn wir sprechen wahrscheinlich auch gleich noch mal darüber 300 stefan anmerkung der redaktion stefan macht ein foto oder ein screenshot von aktuell 300 live zuschauern am ende vielen vielen dank an dieser stelle schon mal für euer live dabei sein jetzt sind wir bei 306 hervorragend am ende landen wir vermutlich hier bei einer zuschauerzahl von zweieinhalb bis dreitausend zuschauern was meinst du vielen dank dafür was meinst du wie viele endgeräte andreas rösser gerade angemacht hat er jetzt sogar zu den nachbarn gegangen und hat noch angestellt könnte mal ganz kurz also vielen vielen dank schön dass ihr bei uns seid und wir sind sehr sehr froh dass wir mit euch diskutieren können und auch mit euch ganz gerne we agree to disagree und manchmal sind wir auch vollkommen alle einer meinung so stefan du warst bei den trainern genau ich habe der folge halber oder richtigkeit noch mal alle sechs letzten trainer hier demnach eingeblendet und ich meine es ist insgesamt schon ein trauerspiel denn so richtig hat ja hier keiner fuß gefasst und ich glaube das wäre der zweite punkt michael wo wir einfach mal generell so die die führung und das management und die die spitze des msv duisburg so ein stück weit unter die lupe nehmen müssen auch wenn wir es nicht ins markt und ins detail weil wir sind hier immer noch ein live podcast das können wir nicht ausklamüsern aber trotzdem tun müssen angefangen hat das thema schon weit weit vorher glaube ich wo grilletsch damals ja noch aber dann so entscheidungen wie gino le thierry uwe schubert nämlich jetzt mal rauf pavel dort chef der übrigens mittlerweile mit erzgebirge auhe auf platz eins oder zwei der dritten liga steht soll man wo übrigens ein gewisser mir das pp alles kurz und klein spielt ja und boris taschi hinter den spitzen spielt egal dann hatten wir hagen schmidt und torsten ziegner der mit einem insgesamten punkte schnitt von 1,2 punkten pro partie um die ecke kommt also das ließ sich auf ganzer breite und ebene schon sehr sehr wenig und schwach demnach ist der zweite punkt dass wir sagen müssen oder in frage stellen müssen herrscht beim msv duisburg insgesamt die kompetenz die ist in dem fall denn du und ich wir haben beide male jetzt schon sehr sehr oft angesprochen wir sind aktuell nicht der msv der vor zehn jahren war ist das aktuelle management in der lage die richtigen schlüsse zu ziehen für diese situation fragezeichen vermutlich nicht denn für mich spricht nicht viel dafür dass sich geschichte nicht einfach wiederholen wird spricht für mich tatsächlich nicht viel für denn was hat sich im verein strukturell kompetenz bezogen verändert seitdem hagen schmidt rausgeworfen wurde die antwort lautet nein nichts gar nichts hat sich verändert so vielleicht hat ingo wald jetzt irgendwie auf der letzten jahres hauptversammlung noch irgendwie noch ein kompetenz team dazu genommen mag sein aber guck mal es spricht doch spricht auch so viel dafür im grunde bleibt für mich an dieser stelle jetzt nichts anderes übrig für den msv duisburg für den ev du hast ja deine sportliche führung du hast deinen geschäftsführer sport den hast du komplett rasiert den hast du komplett rasiert die geschäftsführung wollte dass ziegner bleibt und der verein der ev durch den präsidenten kommuniziert hat diese stimme als nicht entscheidend gewertet der sportliche geschäftsführer der auf der sportlichen ebene die geschäfte führt hat keine gewichtige meinung wenn es darum geht den trainer zu entlassen das ist für mich die essenz aus diesem aus dieser entscheidung dann lieber msv duisburg musst du auch so sagt so fair sein und musst also entweder darfst du sowas nicht machen oder du musst ralf hesskamp von seinen aufgaben entbinden weil du hast ihn in dieser situation hast du ihn komplett enteiert komplett und ich bin mir auch relativ sicher dass nicht ralf hesskamp den nächsten trainer bestimmt ist es auch ich obwohl ich hier zettel und stift habe und versuche mich bestmöglich vorzubereiten gibt ja so viele themen jetzt lasst uns trotzdem mal von dem einen zum anderen gehen denn wir kommen gleich noch mal zu torsten zurück auch das müssen wir beleuchten wie das jetzt letztendlich folgerichtig war oder nicht denn du hast gerade ausgeführt dass du noch mal mit ihm gesprochen hast dass du beim training beispielsweise hast also es gibt ja wahrscheinlich auch pro und contra für so eine geschichte für so eine ja personelle entscheidung trotzdem jetzt haben wir ihn gerade mit reingeworfen denn ich habe mir bei torsten drei punkte aufgeschrieben die ich wie der kriegt drei punkte ich nicht sportstudio roby mal an frage ich mal ob er gestern das sportstudio gut hat nein aber lass uns noch mal kurz darauf zurückkommen denn ich habe mir zu torsten zumindest drei punkte aufgeschrieben wo ich sagen würde ist für mich einfach folgerichtig und jetzt könnte ich auch dort wieder anführen und sagen ganz ehrlich guck einfach nackt auf die ergebnisse und nackt auf die tabelle er selber wird es mit sicherheit so ein stück weit wahrgenommen haben er hat ja auch im stream am freitagabend gesagt ja da gab es ein paar die haben damit vor einer woche oder vor zwei drei wochen schon angefangen dann haben sich ein paar dazu gesellt und dann wurde natürlich und das ist einfach und das haben wir gerade auch gesagt wie freund und feind manchmal so eng beieinander liegen nach so einem spielverlauf auch noch kam dann viele viele weitere dazu demnach glaube ich konnte ja das befeuert sich dann der erst schon absehen und ich sage aber auch punkt eins für mich mit all dem was wir gerade aufgezeigt haben an den statistiken auch im bild insgesamt ergebnisse und tabellen situationen als hauptverantwortlicher für die mannschaft zumindest haben unterm strich nicht gestimmt ja ja ist so kann man nicht anders leider wegdiskutieren weil ich glaube wir stehen am letzten platz tiefer geht es ja in dem fall ja du musst vermutlich auch sagen dass die das aus der sicht des sechsten spieltages auch einige verpflichtungen nicht korrekt waren pass auf kommen wir noch kommen wir noch habe ich alles vorbereitet okay pass auf alles klar hören mich aber zu meinem ersten punkt unter diesen ergebnissen die der heißen wird kaderplanung dann machen wir den als erstes da müssen wir natürlich ihn mit reinnehmen als aber auch ralf helskamp denn es wurde und da kann ich mich noch selbst vorstand finanzen ja geschäftsführung finanzen muss die drei nehmen ja die müssen das absegnen nein die müssen das geld zur verfügung stellen ralf helskamp und torsten ziegner wollten zu beginn der transferperiode andere spieler haben diese spieler wollten teilweise auch zum msv duisburg kommen du konntest ihnen keinen vertrag hinlegen weil das geld noch nicht da war das musst du an dieser stelle mit einnehmen gut und ich setze jetzt an und sage ich begebe mich noch mal in den mai 2022 und stelle fest es wurde gesagt viele spieler haben noch vertrag meine erste vorbereitung ich habe jetzt nicht viel auswahl wir müssen mit dem klarkommen was wir haben insgesamt und dann gucken wir mal nächsten sommer dann hat man festgestellt ist jetzt immer noch nicht so dass 30 verträge auslaufen aber wir haben so ein paar ideen nach links und nach rechts unter anderem erste entscheidung und du weißt generell ist das thema für uns nicht wöchentlich nach wie vor ein thema aber es wird wird gerade natürlich in solchen zeiten immer wieder aus dem keller geholt und auch das ist aus meiner sicht einfach total legitim versuchst du eine neue struktur aufzubauen versuchst du dich anders darzustellen und nimmst quasi gallionsfigur von bord du weißt von wem ich rede und lass uns nicht über lass uns jetzt nicht über stoppel sprechen wir müssen wir müssen ja nicht explizit über stoppel sprechen aber wir müssen darüber sprechen wenn du sowas machst dass es auch funktioniert und das hat es beim msv auf ganzer linie beim thema nummer eins kaderplanung absolut gar nicht getan ja es ist ja ja in die hose gegangen und wenn wir jetzt hier im bild noch torsten sehen noch mal er ist nicht der einzige und nicht der der alleinige der das jetzt zu verantworten hat er wird das in abstimmung getan haben er wird neue spieler verpflichtet haben er wird sich ausgetauscht haben mit der sportlichen führung aber trotzdem ist das ein thema was wir ja trotzdem hier beleuchten müssen das heißt du hast die aktuellen spieler verpflichtet du hast andere wiederum mehr oder weniger weggeschickt und das ergebnis siehst du jetzt gerade ja man muss man muss das trennen man muss ich muss das jetzt für mich trennen emotionen und und sachlage sachlage es gibt nicht viele argumente dafür es gibt nicht viele argumente dafür warum es richtig war stoppel zu zu entlassen beziehungsweise nicht zu verlängern die frage die ich jetzt mal in den raum stelle es torsten ziegner ist nicht der erste trainer und auch nicht der zweite trainer der nicht mehr mit moritz stoppelkamp arbeiten wollte das hat mit der sportlichen qualität von moritz stoppelkamp nichts zu tun keine frage aber das stelle ich einfach mal so in den raum denn ich glaube dass es die richtige entscheidung ist um die struktur die immer noch nicht richtig ist die kader struktur ist immer noch nicht da angekommen wo er sie haben wollte oder wo der msv sie braucht aber um die struktur zu bekommen mit spielern wie castaneda mit janda mit mogultai von mir aus mit mit köpke denn der ist noch kein rentner so von mir aus ja mit mai so wenn du wenn du in diese mit mit winnie müller wenn du in diese struktur wenn du diese struktur zu ende denkst dann sind wir noch nicht da angekommen wo du ankommen musst wenn du leute wie stoppelkamp rausnimmst weil er nicht der einzige ist der diese struktur kaputt gemacht egal ob ich die meinung jetzt teile oder ob ich jetzt einfach damit wir jetzt einfach mal in diesen plus kommen einfach mal dagegen argumentiere es ist ja auch kein geheimnis konnte man ja immer den letzten monaten schon wieder hier auch unser nehmen dass wir da und so ein stück weit in dem moment auseinander dividieren ist ja gar nicht schlimm ich glaube zum einen du hast dass das wirst du zumindest ähnlich sehen wenn du sowas machst und wenn du dort anderer meinung bist dann muss es unterm strich auch funktionieren und ich meine ich bin ja jetzt keine und da bin ich bei dir ich bin da bin ich bei dir ich bin ja jetzt keiner von denen der das jedes mal jeden tag bei bei facebook postet da gibt es ja andere schöne größe an dieser stelle die in den facebook gruppen bei jedem pass und bei jedem tor bei jedem es ist immer schreiben stoppelkamp oh gott oh gott oh gott ja die haben wahrscheinlich alle schon 27 mal stolperkamp geschrieben ja davon bin ich keiner aber du musst dir bewusst sein wenn du als trainer als externer trainer der in so einen verein kommt wie den msv der um die bedeutung des moritz doppelkamp bewusst ist und was ja noch viel entscheidender ist wir lernen ja gerade nachdem jetzt auch gegen fair wieder zwei verteidiger die beiden tore erzielt haben dass wir aktuell nach sechs spielt haben kein offensiv ja ist ja okay der hat in dem spiel vorne gespielt ja okay da gebe ich dir einen halben punkt aber das unterm strich egal wie viel laufarbeit er nach hinten wie taktisch wie gut er mit den mitspielern umgehen dass auf jeden fall unterm strich einfach mal als ergebnis dass diese assist und dass diese tore definitiv auch in einzelnen momenten nicht unbedingt bei schön herausgespielten toren bei irgendwelchen stationen über 38 pässe und und sondern einfach nur mit seiner individuellen qualität dass die pehlen das steht nun mal stand jetzt auch fest und der zweite punkt den ich einfach nur mal mit geben will ich bin mir sicher dass du oder dass wir alle mit sicherheit irgendwie interne nachrichten mal oder ein training vor ort oder gestikulieren des spiels während des spiels festgestellt haben aber ich kann dir sagen auch aus eigener erfahrung auch wenn es nicht dasselbe mit abstand nicht dasselbe niveau war es gibt in jeder mannschaft egoistische spieler es gibt auch richtige arschlöcher in irgendwelchen mannschaften es gibt leute die während des spiels andere sogar ein stück weit wahrscheinlich herunter putzen ich sage trotzdem dass es alles so ein bisschen einzusortieren gilt dass auch der ein oder andere der vielleicht mal eine watschen kriegt wörtlich gesehen gesagt der das für sich so ein stück weit ausmachen muss denn am ende des tages kommt es darauf an wie ist dann der austausch dahinter wie kann man das einsortieren denn wenn ein spieler selbst der vielleicht 300 meter mal weniger mit macht ja nach hinten der dir dann unterm strich den arsch rettet dann bist du auch als mitspieler bereit immer noch auch in dem jahre 2023 diese wege mit zu gehen ich hatte michael ich hatte ich hatte mitspieler da waren die größten arschlöcher wenn derjenige aber in der 90 minuten das ding für dich zum positiven gewendet hat dann war ich unterm strich froh wenn er unter der woche zweimal nicht beim training war mir aber in der 90 minuten den 3 2 sieg treffer beschert hat da war ich glücklicher als so wie jetzt wenn ich tabellenletzter bin zu hause ein spiel gegen ulm mit ach und krach bewerkstellige und gegen ferl verlieren in der 90 minuten da finde ich jetzt auch nicht unbedingt geiler stimme dir zu wenn es nicht um den kapitän einer mannschaft geht stimme dir zu wenn es nicht um den kapitän geht wenn du wenn du moritz doppelkamp verlängert hättest und ihm die binde weggenommen hättest hätte es zwei möglichkeiten gegeben entweder es wäre eine perfekte möglichkeit gewesen ihn als ihn als waffe von der bank zu bringen oder auch von beginn an egal und es hätte funktioniert wenn er nicht gespielt hätte und er hätte die klappe gehalten und er wäre damit fein gewesen thema marco reuss da hörst du nichts ja er ist kein kapitän mehr kommt von der bank und du hörst von ihm nichts dann wäre ich bei dir gewesen punkt zwei ich schwöre dir das wäre mit moritz stoppelkamp nicht gegangen ja kann gut sein ja gebe ich dir gebe ich dir ja ist es darf man jetzt auch nicht außer acht lassen also ich bin bei dir wenn es nicht um den kapitän geht wenn es um irgendjemanden geht der von der bank kommt okay lassen noch lassen noch zu zu geringeren bezügen weiterspielen dann holst du ihn mal von der bank perfekt perfekt geiler rechter fuß geiles dribbling aber es hätte mit einem typen wie stoppel nicht geklappt wir waren trotzdem bei der kaderplanung dementsprechend gab es den einen oder anderen abgang wollen jetzt wahrscheinlich nicht alle aufstehen trotzdem er war mit ralf hieskamp darin involviert dass wir die spieler jetzt haben die wir haben und ein weiterer punkt der mich extrem nervt sage ich ganz ehrlich der kotzt mich noch niemals mehr an sondern der nervt einfach nur nicht nur zu der these dass wir uns immer darauf beruhen ja egal in welchem podcast übrigens dass wir immer irgendwie 20 minuten geil spielen noch mal 90 minuten geil spielen wäre super du kannst nicht immer sagen 20 minuten ist toll und danach ist gar nichts mehr denn ganz ehrlich du findest doch in jedem spiel dieser liga bei jeder mannschaft dieser liga zehn minuten wo die auch geil spielen so nach dem motto dass das jede mannschaft über jedes spiel behaupten könnte so deswegen kaderplanung zugänge egal ob jetzt jemand neu dazu gekommen ist vor fünf wochen vor sechs wochen ich finde es auch ein gutes wenn es ein positiv beispiel gibt und ich weiß nicht wie ihr denjenigen im stadion wahrnimmt aber ich finde köther macht zumindest seine sache relativ unaufgeregt ist so mein eindruck ja ich habe den niederrhein pokal gesehen klar kein gegner gegen vorwinkel gestern oder vorgestern fand ich den jetzt auch nicht als schlechtesten auf dem platz empfand ich jetzt nicht so wo ist eigentlich mogul teil an dieser stelle und demnach muss ich dazu sagen hilft die entscheidung mogul teil oder köther denken aber gleich zu kader 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 umsetzung kader führung habe ich das hier so genannt trotzdem kaderplanung insgesamt und da müssen wir jetzt an dieser stelle dass du aufmachen auch dann lass uns mal bitte finanzen und lass uns mal geschäftsführung außen vormachen lass uns mal sportliche zu sprechen kommen hezkamp ziegner schrägstrich hezkamp denn da wurde ja auch immer gesagt lasst den mal eine transferperiode nach seinen vorstellungen umsetzen auch da wir immer wieder gesagt hier kann man alles nachhören ich weiß nicht hat er so das netzwerk hat er die möglichkeiten auf spieler einzuwirken auch wenn es mal eng wird wo man noch nicht genau weiß wo die reise hingeht und ich kann dir nur ganz ehrlich sagen ich habe den ganzen noch nie so über den weg getraut noch nie dem hezkamp oder den den einkäufen über den weg getraut beides also du vertraust ihm du hältst ihn für falsch oder ja gut auch dort antwort ist wir stehen auch tabellenplatz nein für einen falschen menschen also nicht für falsch in der position nein menschen habe ich dich nicht versprochen du sagst du hast ihm nicht über den weg getraut ralf felskam der war auch bei mir damals schon beim interview wo der gerade beim msv neu war bei der niederwein pokalpartie gegen boch ich wollte ja nur einfach dass die leute dich nicht falsch verstehen ein super typ super mensch aber jetzt mal ganz ehrlich du hast ja gerade auch gesagt dich kotzt es zum beispiel an dass wir immer in den letzten jahren nach namen zum teil zum teil zumindest verpflichten und jetzt mal ganz ehrlich was hat sich dadurch im vergleich zu ivo verändert punkt eins und punkt zwei gefühlt habe ich habe ich so die die meinung dass er bei ivo sogar noch teilweise griffiger war oder ja ich kann jetzt stimmiger war als jetzt bei ralf felskam kann dir zwei dinge sagen ich weiß natürlich die gehälter nicht im detail aber ich kann es dir sagen ich vermute dass ivo den königstransfers ein bisschen mehr reingesteckt hat in die schatulle ich glaube dass aufgrund des gesunkenen klammer aus ausrufezeichen klammer zu neue klammer auf wir steigen nächstes jahr auf klammer zu neue klammer auf mit einem niedrigeren etat klammer zu also soviel zum thema sportliche leitung macht alles falsch ich glaube dass hesskamp diese verträge unter oder zu geringeren bezügen unter dach und fach gebracht hat punkt eins das ist positiver als bei ivo und ich weise noch mal auf die vertragslaufzeit hin von spielern wie bakalords fälscher etc auch diese vertragslaufzeit ist bei uns heute anders als unter ivo und aber auch gut dass du solchen namen mit rein wirst ich finde immer wenn wir wissen wir haben noch die diese spieler aller kategorie hier fälscher bakalords die haben noch ein zwei jahre vertrag ich weiß die werden wahrscheinlich hier mehr geld verdienen bei uns unterm strich als beim ssv ulm als beispiel aber ich bin nicht mal sicher ja aber immer wenn wir über diese namen sprechen schenken wir dieses thema so ab als ob das gar kein thema wäre kannst du dir eigentlich vorstellen dass überhaupt versucht wird ein fälscher irgendwie nahe zu legen so nach dem motto alter such dir mal einen neuen verein ich habe das gefühl beim msv duisburg borne der hat noch zwei jahre vertrag der weiß genau war da hier verdient da haben wir no chance aber eigentlich gehört es doch zu einem funktionierenden sportdirektor posten auch dazu nicht nur irgendwie geile spieler die irgendwie jeder haben will zu verpflichten sondern auch mal schwierige transfers abzugeben beziehungsweise zu transferieren da habe ich immer so gefühl wir sitzen das ganze aus und in zwei jahren da schlägt jetzt meine große stunde und dann kann ich mal mit dem geldkoffer um die ecke kommen weil dann weiß ich 15 verträge laufen aus bums da kommt immer irgendwie so ein fühl drüber da hast du einen punkt stefan da hast du einen punkt ich bin kein sportdirektor und ich habe mich auch 310 zuschauer rekord ich bin kein sportdirektor und habe mich auch relativ selten mit sportdirektoren unterhalten aber ich halte es auch für eine für einen taktischen kniff dass das zu meiner aufgabe gehört frühzeitig dafür zu sorgen dass solche gehälter vielleicht noch frei werden könnten die frage ist aber insofern vielleicht nicht ganz so korrekt als solche spieler ja gar nirgendwo mehr unterkommen das heißt wenn du kannst deinen hintern darauf verwetten dass rolf fälscher marvin backer lords um nur mal zwei zu nennen und von mir aus auch es war nach seinem verlauf nach seinem vertrag beim msv in deutschland nicht mehr in den ersten drei liegen irgendwie ambitioniert unterkommen werden das ist so ja aber gerade jemand wie rolf fälscher als beispiel der muss doch irgendwo unterkommen weil er so gut aussieht du wirst lachen aber gerade der typ mit der historie und sein machen wir uns nichts vor selbst mit seinem äußerlichen den kannst du auch irgendwo in amerika in der mls oder in der saudi arabischen liga irgendwo in der zweiten liga den kannst du wunderbar vermarkten sogar als typ der hat mit ibrahimovic die tabi kabine geteilt der kann dir jeden tag sehr sehr gute im ibrahimovic geschichten erzählen habe ich mir sagen lassen wir hatten 6-pack wie 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 du zu deinen besten zeiten bis nach meppen ost und ganz ehrlich da wird so ihren fein geben auf die welt aber wenn er wiederum netzwerk hast bis nach hier kleinen kleinen castaneda dann nichts gegen castaneda nee krieg zu viel pass auf bleiben wir dabei machen wir einen haken dran insgesamt noch mal kölle ist nicht neu aber ist verletzt plädel ist neu ist verletzt machst du gar nichts dran wollte wahrscheinlich keiner genau so laufen beide glaube ich schon wieder ohne schlinge sehr gut bin zuversichtlich dass wir da in vier wochen wieder was sehen werden sehr gut aber um es auf den punkt zu bringen mir geht es in den aussagen und in den ansagen tierisch auf den sack dass man sich darauf bezieht der kam so spät der kam so spät der kam so spät ich meine die jungs dahinter die sind für die kaderplanung verantwortlich und noch mal ja kohle wurde erst dann und dann bereitgestellt aber dann gehört es für mich dazu dass du als trainer in schrägstrich sportdirektor kombination dafür verantwortlich bist dass du dir kreative lösungen einfallen lässt und wer kreative lösungen benötigt der hört einfach mal sonntags immer um 20 uhr hier in unsere sendung rein der wird wissen worüber ich rede denn es ist mit sicherheit nicht gerade kreativ wenn du sagst ich warte jetzt mal eben bis nach dem ersten oder zweiten spieltag in der dritten liga die gerade angefangen hat und verpflichtet dann einen alexander eswein das zeugt für mich auf der einen seite nur dazu dass du wirklich notgedrungen da jemand noch verpflichten muss der vielleicht auch ein bisschen zumindest in der vorstellung euphorie entfacht ja und auf der anderen seite weil du nichts mehr bekommen hast und weil du generell nichts bekommst ja glaube ich nicht so andere wege gehen da musst du kreativer sein da musst du eher am start sein da musst du ein größeres netzwerk haben da musst du breiter schauen und da musst du weil sie nicht zur not jeden tag überzeugungsarbeit leisten aber da fehlt es mir an allen ecken und innen okay ich du musst auch nicht bei vincent per mail fragen musst du nicht da musst du jemand anders fragen okay ich ich kann mir nicht vorstellen dass ein trainer ein esswein holt um irgendwie prestig das glaube ich nicht ich glaube dass hesskamp und ziegner schon das gefühl hatten dass das der die verstärkung ist die wir noch brauchten da da widersprechen ich glaube nur dass sie zum jetzigen zeitpunkt noch nicht funktioniert gegenfrage das noch setzlichen klammern gegenfrage kannst du dir vorstellen was passiert wäre zumindest medial und torsten hat ja auch ich nehme den stift hier weg aber erinnere dich bitte daran an die vorstellung von alexander esswein und noch mal wir sind nicht bei dem thema ist es geil jetzt hier ex arrivierte spieler zu verpflichten sondern generell um man so ein stück weit luft rauszunehmen an dem aus dem zeitpunkt heraus wo es war verpflichtet wurde es wurde ein paar tage vorher robin müller verpflichtet und alle wirklich alle haben gesagt ja das ist der eine von zwei und das ist der eine der quasi eher unbekanntere und die granate die soll jetzt gleich kommen kannst dir vorstellen du hättest zweimal robin müller verpflichtet nein es war ja es war doch aber vermutlich in dem moment wo robin müller verpflichtet wurde nächsten tag kam doch esswein da war doch vermutlich klar dass es nur noch der unterschrift bedarf und dementsprechend wusste man schon liebe leute morgen kommt der name weil die leute lesen robin müller und denken sich wie und das soll jetzt hier irgendwie ein applaus wert sein der kommt von st pauli 2 interessiert mich doch gar nicht was wo ist denn hier unsere granate die stoppelkampf ersetzt so das ist das ist so ein bisschen dieses von der kommunikation aber noch mal unabhängig von der kommunikation glaube ich dass keiner bei also ich kann mir es nicht vorstellen außer ein saudiverein dass die leute irgendeinen spieler holen für prestige und nicht für leistung es kann sich der msv duisburg nicht erlauben da wird ein spieler geholt der dann am ende ja es ist vermutlich nicht die erste wahl gewesen weil du vermutlich wann haben wir ihn verpflichtet du hast vermutlich andere namen die dann irgendwo anders hingegangen sind so aber dann hast du ihn geholt und dann hast du mit sicherheit auch die meinung gehabt der hilft uns jetzt also da bin ich nicht bei dir bin aber muss ich aber mal sagen ich bin aber relativ häufig bei dir heute das bin ich gar nicht gewohnt mehr ja wer wird denn jetzt ein neuer trainer stefan ja wenn du bock hast kannst du rüberkommen ich habe hier noch whisky und ich habe noch ein bett aber ich habe schon zwei bier getrunken fahren tue ich jetzt nicht mehr außer muss ich morgen früh um sechs uhr aufstehen und kind ins in die schule bringen und ich frage mich die ganze zeit warum ich hier gerade so auf 180 war um die 300 leute an den start zu kriegen wir sind die ganze zeit bei 300 mittlerweile wahnsinn ganz ehrlich leute mega krass vielen vielen dank dafür und wissen wir wirklich zu schätzen und es wäre auch uns lieber wenn wir hier über tabellenplatz eins sprechen würden und über einen fünf zu null sieg des msv duisburg und über die vertragsverlingung von jürgen klopp dementsprechend naja ja man darf das alles irgendwie nicht so weiß ich nicht ja klar die sendung hat viele zuschauer weil ziegner entlassen wurde aber am ende ist eine traurige nummer das ist nur eine traurige nummer dass wir hier wieder eine trainer entlassung sprechen die vermutlich unausweichlich lasst uns mal trotzdem zu meinem punkt kommen das wäre der nächste der zur trainer entlassung geführt hat bevor wir jetzt gleich auf den nächsten kandidaten oder auf die kandidaten generell zu sprechen kommen ich finde das übrigens geil mit dem stift hier kader führung du warst beim training und öfter mal und auch wir waren ja zusammen nahmen den fresskorb übergeben schöne grüße an den alex alexander elskamp der übrigens gerade auch power bei als camp edk märkte hier steht ich finde übrigens er alex hat sehr sehr futuristischen homepage auftritt mit seinem edk märkten müsst ihr mal drauf gehen liebe leute finde ich geil kannst dir so einen warenkorb machen bis online bis aktiv kannst du ja schon die sachen angucken gibt es nicht bei jedem und ein bisschen schleich an dieser stelle mit dem alex fahre ich übrigens am samstag nach köln ich weiß ich weiß alles michael ich weiß nicht sehen wir uns ich bin auf kreuzfahrt deswegen musst du ja ja du bist ja auf kreuzfahrt ich war ich fahre ich fahre nach norwegen und hol mir den nächsten trainer jan an bord sag ich mal kannst du doch gar nicht aussprechen schüri ström schüri ström das glaube ich eher ist das dänisch ich glaube das ist dänisch egal lasst uns beim thema wie heißt der vater von harland alf inge alf inge harland ja damals bei manchester city die szene mit roi keen ja natürlich kader führung ist jetzt nicht auf disziplinarisch bezogen aber könnte man natürlich trotzdem ein stück weit weiter das fast aufmachen eine sache die gibt es bei mir zumindest die mich ein bisschen ratlos hinterlassen hat muss ich ganz ehrlich sagen jetzt wirst du ja dem gegenüber stehen und sagen zumindest ja am wochenende die ausstellung das hätte ich oder war abzusehen verfolgerichtig ja es war so beim training zu erkennen okay das ist ja jetzt auch nur ein spiel ich meine wir reden ja jetzt gerade über das gesamte und das ist ja jetzt in dem fall natürlich das finale spiel gewesen aber naja machen wir sechs vor eine trainer entlassung hängt ja jetzt meistens außer bei norbert meyer nicht einem spiel aber was mich so ein stück weit irritiert und gestört hat ist ganz ehrlich und dass auch das ist jetzt nichts neues denn du hast gefühlt den einen dann kommt der andere dann hier und da und ralala also unkreativ war der torsten nicht und ich verstehe auch dass nach schlechten leistung auch das spiel kannst du nämlich unterschiedlich spielen denn du musst ja sagen naja gut wenn du 30 verlierst dann gebe ich mal anderen die möglichkeit oder ich setze jetzt auf einen castaneda ja auch das wie gesagt bis dahin verstehe ich das alles aber vor drei wochen auf einmal spielt ekene rechts hinten wo ist ekene dann knoll dreivierteljahr gar nicht jetzt in verteidiger unterhalte ich mal mit knolli nach so einem spiel wenn der komplett 90 minuten auf der bank sitzt habe ich ungefähr in der letzten saison würde ich sagen 45 sechs mal gemacht und du hattest das gefühl der will gleich bei mir an die brust also übertrieben jetzt gesagt der spielt auf einmal köter den schmeißt rein für den gilt jetzt nicht das prinzip der muss ich jetzt erstmal finden und an die abläufe abläufe gewöhnen mogul teil spielt dafür wiederum gar nicht erinnerst dich das ist der mogul teil den wir hier gefühlt von 20 spielen 18 mal zum spieler des tages wählten michel bringt da hat das gefühl den gibt es gar nicht mehr der wird auf einmal eingewechselt an harry der sogar noch mit erfrischenden auftritten irgendwie ein gefühl vermittelt hatte dass er immer irgendwie ein element sein könnte spielt letzte woche glaube ich gegen regensburg gar nicht nur um jetzt wieder eingewechselt zu werden ein mai der spielt dann auf einmal vorne backer lot spielt gar keine rolle fälscher wollte ich gar nicht drüber sprechen sänger hat die ersten fünf partien gemacht ist jetzt komplett 90 minuten auf bank smash der mit großen vorschuss lorbeeren geholt wurde spielt um die nummer eins gar keine rolle wo ich jetzt sagen würde klar torwart wechselst du jetzt nicht erste irgendwie nach fünf sechs spiele ich ich nicke bei vielen dingen die du sagst torwart würde ich auch so vor lassen okay vermittelt mir unterm strich muss ich ganz ehrlich sagen ein absolutes auf der einen seite ich ziehe noch mal mein colt und schieße die letzten 35 patronen bis hin zu ich versuche jedem hier seine chance zu geben und versuche noch mal was und ich muss was umstellen ich muss handeln bis zu hin absolutes chaos absoluter wahnsinn und auch von der hierarchie und von der psychologie innerhalb einer mannschaft denke ich mir was wird jetzt ein offensivspieler wie benjamin giert denken der weichen muss für einem sebastian mai im sturm was wird jetzt denken ein marvin knoll der gefühlt anderthalb jahre gar keine chance hatte und gar keine möglichkeiten hatte der mal vorne auf du erinnerst dich vor drei wochen wurde der sturm eingesetzt wurde eingewechselt wurde jetzt soll der mehr oder weniger in einem spiel entscheidenden spiel für den trainer die kohlen aus dem feuer holen in der innenverteidigung wiederum ja was soll in diesen köpfen diesen spieler dieser spieler einfach vorgehen dass das jetzt von heute auf morgen mit einer unbewussten knopfreaktion quasi anders laufen soll erschließt sich mir absolut nicht und ganz ehrlich jeder der schon mal fußball gespielt hat der wird wissen worüber ich spreche wer für mich zu beurteilen ich verstehe was du sagen willst übrigens hast du mit deiner rede die leute unter 300 gebracht hier ich verstehe was du sagen möchtest du hast da auch irgendwo noch die sexy sport clips auf du hast da auch irgendwo noch irgendwo hast du damit auch einen punkt weil weil spieler auch von von selbstbewusstsein leben so und wenn wir das gefühl haben dass das spieler relativ wenig selbstbewusstsein haben oder auch ängstlich sind innerhalb des spiels dann stellt sich die frage ist da eine verbindung zu dem was du gerade gesagt hast dass sie dass sie nicht wissen woran sie sind dass sie dass sie diesen diese diese stärkung durch den trainer nicht bekommen du hast jetzt gerade knolli genannt der lange nicht gespielt hat jetzt spielt er wieder abwehrchef auf der linken seite verstehe ich kann ich aber wirklich weiß ich nichts also ich weiß auch nicht unter welcher prämisse benny giert verlängert wurde ob benny giert unter der prämisse verlängert wurde du bist unser unser zweiter stürmer aber häng dich rein du vielleicht wirst es kann ich kann ich überhaupt nicht einschätzen aber wenn wir eine mannschaft haben die nicht gerade vor selbstbewusstsein strotzt dann schadet etwas hui und fui schadet vermutlich auch diesem selbstbewusstsein zusätzlich kann ich kann ich nachempfinden und 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 den take den hatten wir schon öfter aber ich frage dich als co kapitän der in seinen zwei jahren beim msv duisburg auch nicht wenn wir ganz ganz ehrlich zu uns selber sind und auch er selber zu sich ist der zu 100 prozent über einen längeren zeitraum seine leistung kontinuierlich abgerufen hat dann frage ich mich trotzdem backer lords nur mal als beispiel den jetzt 90 minuten draußen zu lassen das kannst du machen mit sicherheit aber ich frage mich wie scheiße muss der eigentlich trainieren und wie scheiße ich meine das haben wir ja gesehen oftmals muss er aber eigentlich spielen um dann zum beispiel in einem trainer entscheidenden spiel draußen zu sein nur und jetzt kommt wieder die kehrtwende für einen sterlin der ja eigentlich auch die letzten anderthalb jahre gar keine rolle gespielt hat draußen zu sitzen also das ist mir einfach und deswegen habe ich das hier du kannst es auch anders nennen es ist ja vielleicht nicht kaderführung aber wir reden doch über positive dinge oder psychologische es ist dir zu willkürlich zu wirklich unterhalte ich auch mal mit spielern die für beispielsweise und das sind ja unsere neuen beiden spezies köpke und esswein weichen müssen die seitdem die beim msv da sind nichts und noch mal nullkomman nichts bewiesen und gerissen haben ich glaube das wissen sie auch selber und ich glaube auch das kann so ein so ein zeichen gewesen sein vom torsten dass er sagt ich muss die jetzt irgendwie hinkriegen ich muss die bringen ich muss ihnen auch da auf der position zumindest das selbstvertrauen geben auch ich darf mir ja nicht widersprechen wo ich auf der einen position sage alter bleibt schuster bleibt bei den leisten und da kann ich jetzt nicht sagen nimm die raus so das kann ich schon nachvollziehen ja aber auf der anderen seite jetzt stell dir wiederum vor dass der offensiv kräfte beispielsweise wie giert auf der bank sitzen nur um einen mai der dann von der abwehr nach vorne beordert wird nur um für einen esswein und köpke die auch zumindest offensiv sind auch köpke kann ja vorne drin spielen draußen zu sitzen was meinst du was in denen seiner birne vorgeht und das führt alles nur dazu dass sie untereinander sich ja irgendwie gefühlt auch nicht grün sind ich habe schon mal angedeutet ich habe mich vor drei wochen nach dem ulm spiel mit jemandem unterhalten und ich werde hier keinen namen nennen aber der oder die aussage war eher dahin tendierend ist schon krass dass ich hier draußen sitzen muss und jemand anders spielt ich finde es unabhängig davon es überrascht mich jetzt tatsächlich dass das jemand mit dir solche aussagen tätigt weil ich finde so eine aussage spricht genau für das was ich als problem in diesem kader sehe ich sehe in diesem kader das problem darin dass du so viele spieler hast die entweder glauben sie sind zu gut um die an um die ansagen des trainers anzunehmen oder sie glauben sie sind schon zu gut weil sie irgendwie sich für weiß ich also generationen ich war mal bundesliga und generationen insta follower so will ich es immer nennen so und ich ich halte es für ganz schlimm ganz schlimm dass jemand zu jemandem wie uns ein spieler zu uns sagt ich verstehe nicht warum ich nicht spiele weil in einer funktionierenden mannschaft wo zieger am anfang der saison gesagt hat die kabine ist gut darf so etwas einfach nicht passieren das spricht nur dafür dass die typen nicht funktionieren nein ich habe ich habe stefan ganz kurz ganz kurz ganz kurz ich habe ein ganz kleines gefühl wer das war ich werde den namen jetzt nicht nennen aber es würde sprechen wir nachher mal drüber ich kann mir vorstellen wer es zu dir gesagt hat und das würde in meiner meinung spielen aber auch zu weit gehört natürlich dass kein spieler aktiv auf mich zukommt und mir das brüllwarm erzählt nö aber er muss es ja trotzdem sagen sagen wir mal so ich bin darauf zugegangen und es war unterm strich eher so ein stück weit auch meine interpretation aber ich glaube das ist auch gar nicht das thema michael sondern insgesamt war ja gut ich glaube das ist seit drei jahren unser thema ja ich glaube das ist seit drei jahren unser thema ehrlich aber unser thema ist trotzdem aktuell heute nicht und man sieht schon glaube ich preis so kacke heiß hier wegen der audio qualität habe ich mittlerweile auch alles hier ausgemacht und runter gefahren trotzdem für mich so insgesamt ein bisschen willkürlich und dann haben wir natürlich noch das thema aktuell jetzt gerade und ihr könnt euch schon vorstellen womit das zu tun haben könnte denn wir wollen ja jetzt ein stück weit oder wir müssen ein stück weit nach vorne blicken und da kommen wir jetzt nicht dabei herum und sagen wie sie geht es ich sag dir ich sag dir am samstag wer trainer wird wie geht es jetzt weiter und wie soll es ja wieder positiver werden und also die 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 diskussionen unter den fans gehen in die richtung dass der vorstand wohl eine interne lösung möchte würde jetzt also ich meine zieger hat vertrag bis zum 30.06 michael himmisch auch so das heißt es sind zwei trainer positionen die bis nächstes jahr sommer bezahlt werden müssen eine interne lösung ob jetzt uwe schubert oder engen wural oder wer auch immer wobei da kommen glaube ich nur die beiden in frage wegen der fußball lehrer ausbildung spielt jetzt erstmal keine rolle wer der beiden aber ich glaube eine interne lösung ist finanziell betrachtet das einzige was der msv duisburg momentan leisten kann pass auf lass uns mal wir sind ja hier ein fan podcast lass uns mal diese thematik und auf der einen seite kann man es eigentlich nicht ausblenden auf der anderen seite machen wir das jetzt einfach mal wenn es darum geht was wir glauben was das richtige für den msv wäre was wir glauben was uns helfen würde und was jetzt ein stück weit vielleicht unabhängig vom geld wäre ohne jetzt mal so traum szenarien friedhelm funkel reinzuwerfen was würdest du denn favorisieren beziehungsweise wo wäre denn deine tendenz hin wo du sagen würdest habe ich nicht könnte ich mir vorstellen habe ich nicht hast du nicht okay habe ich überhaupt nicht ich habe mich seit gestern oder beziehungsweise seit seit ja seit gestern morgen habe ich mich nicht mit dem thema befasst ich habe also ich habe nee habe ich nicht ich habe nur ein problem mit mit mensch mit menschen die keine guten sind also kannst du dir vorstellen auf wenig ja komme ich jetzt zu komme ich zu also marco antwerpen ich kann ich kann die ich kann die die aussage von 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 vielen leuten hier auch im chat thema antwerpen ich kann das in einer hinsicht komplett nachvollziehen weil wir nun vermutlich innerhalb der letzten drei jahre niemals geschafft haben irgendwie die mannschaft komplett von dem zu überzeugen und vielleicht waren alle trainer nicht genug marco antwerpen so aber trotzdem ist das genau der trainer typ den ich beim msv duisburg nicht haben möchte das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen bei dir weil du bist ja insgesamt ein sehr sehr netter zeitgenosse und mensch und ich glaube ich glaube ich habe eine was ich total was ich ehrlich sagen kann ich habe eine menschenkenntnis okay so und wenn ich mit menschen rede dann weiß ich innerhalb kürzester zeit wie was 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 hinter diesen menschen steckt und ich da glaube ich dass das ist kein mensch das ist ein markus anfang typ und das also antwerpen und anfangen bitte nicht ich habe insgesamt ein problem bei der trainer findung und bei der trainer problematik und zwar ist ist es eher so die ausrichtung wo soll es denn hingehen was wollen wir machen was wollen wir vielleicht kurz und mittelfristig erreichen denn wenn es darum geht naja jetzt kurzfristig aus dem gröbsten heraus zu kommen um quasi wiederum nein pass auf nein du musst jetzt anfangen ein langfristiges ziel zu aber du kannst nicht wieder löschen ein ein weiteres jahr bis 26 dritte liga und wir sind blank gut aber dann reduziert sich ja der trainer markt auch schon wieder um ein vielfältiges denn es gibt da draußen ja zicht also wahrscheinlich wird der msv probier mural aus von mir aus wird der msv mehrere hundert bewerbungsmappen ich stelle mir es jetzt gerade so vor wie vor 25 jahren wo irgendwelche trainer irgendwelche mappen einreichen wahrscheinlich schon auf dem tisch liegen haben aber das ist das ist für mich das alles entscheidende möchtest du möchtest du jetzt kurzfristig die karre wieder aus dem dreck haben bis zum ende der saison oder möchtest du mittelfristig langfristig plan weil das ist aus meiner sicht wiederum sehr sehr ambitioniert die historie des msv gibt es gerade nicht her der letzten jahre dass du sagst du verpflichtet jetzt ein trainer der wird vier jahre jetzt hier am start sein der letzte der es geschafft hat länger oder mittelfristig zumindest beim msv zu bleiben war ihr ja gröf ja weil aufgestiegen ist weil aufgestiegen ist ja ja ganz kurz noch mal zum zum thema wenn ich mir vorstellen könnte denn der nico hat gerade der nick marvel hat gerade den chat geschrieben dass da fällt mir auf wenn wenn die fans die fans schreiben ja sehr sehr zahlreich im moment in chats und in foren dass der msv eine interne lösung anstrebt wenn der msv duisburg wenn der msv duisburg eine interne lösung anstrebt liebe leute da draußen dann das kann eigentlich nicht uwe schubert sein es sei denn der msv hat mich noch nicht informiert denn ich habe morgen kleine werbung nebenbei ich habe morgen für den wimpeltausch für den anderen podcast den ich betreibe ein interview termin ein gesprächstermin mit uwe schubert um 13 uhr 30 und wenn der trainingsplan der letzten wochen in der kommenden woche immer noch so sein sollte dass der msv um 14 uhr trainiert dann bin ich entweder nicht informiert worden dass das gespräch mit uwe schubert ausfällt oder uwe schubert kann es nicht werden und dann wäre doch einhundert prozent klar dass es uwe schubert nicht werden kann für kurzfristig ne also er hat ja schon mal ich glaube ich weiß nicht wen hat auf der bank gehabt als uwe schubert helft mir mal lieber chat wen hat uwe schubert auf der bank gehabt als er uns interimsweise trainiert hat in der vergangenen saison helft mir mal was was beid aber ne beid hat hat auch keine lizenz helft mir mal stefan ist wieder da ich frage den stefan mal direkt stefan stefan als uwe schubert letztes mal eingesprungen ist wen hat er da als co-trainer auf der bank gehabt und die zweite frage die sich stellt wie lange darf man ohne lizenz interimsweise trainieren weil vielleicht haben wir wenn wir eine langfristige lösung anstreben nur die möglichkeit eng in wural zu nehmen weil uwe schubert die lizenz nicht hat fragezeichen ich spinn gerade rum aber wie gesagt da warst du gerade nicht mit kommers stefan ich habe morgen termin mit uwe schubert um 13 30 wenn der termin nicht verschoben wird dann kann uwe schubert nicht um 14 uhr training machen also der ist raus also um ich habe es jetzt zwar natürlich nicht mitbekommen aber um die sache zwei wochen ohne lizenz sehe ich gerade also wenn der msv eine reine interims lösung für zwei wochen sucht um einen anderen trainer zu installieren dann dürfte auch jemand ohne lizenz so haben wir das aufgelöst meine punkte zu der thematik wural und egal wer aus dem eigenen stall als auch zu den nick marvel der nico der schön grüße erstmal natürlich der hatte auch noch den ein oder anderen kandidaten meine ausführungen dazu ganz kurz ich finde der msv braucht in der situation jemand ich rede jetzt hier nicht über peter neuro oder sowas aber jemanden der sofort sich zurechtfindet in dem gebilde msv duisburg jemanden der die dritte liga kennt und ich meine jetzt auch nicht uns beide dadurch dass wir statistik warum muss man die dritte liga kennen ich glaube schon dass du dass du dass es wichtig ist zu wissen worauf es ankommt dass du egal angefangen mit jedem verein gegen den du spielst mit jedem gegner mit jeder mannschaft dass du solche schlachten geschlagen hast dass du in solchen situationen gesteckt hast genau weißt wie du in welcher situation die mannschaft einstellen kannst weil du das schon zig mal durchlaufen hast genau in der liga und 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 ich glaube schon dass es was anderes ist wenn ich das in der ajung mache vor samstags oder sonntags morgens vor vor 50 leuten ja an der west ende oder wenn ich es mache in dresden vor einem pickepackevollen stadion und schon mehrere schlachten geschlagen habe wie ich genau weiß wie ich arribierte spieler als auch junge spieler catche und anspreche dass ich einfach erfahren darin bin diese dinge anzugehen das glaube ich schon dass es sehr sehr wichtig ist aber das ist nur der eine take und der andere wäre ich kann eng in vural jetzt nicht so explizit bewerten sage ich auch fairerweise dazu wie wahrscheinlich viele viele andere hier im chat vielleicht auch so wie du ich glaube aber dass es natürlich ebenfalls eine gewisse risiko situation wäre ihn dort zu installieren und auf der anderen seite um das jetzt auch mal positiv hervorzuheben so wie ich mitbekomme und man sieht ja auch das was der msv jedes jahr herausbekommt aus der a jugend machst du dir da gleichzeitig eine baustelle auf und nimmst ihn ja quasi bei der arbeit die er leistet wo er sehr sehr gute arbeit angeblich oder anscheinend leistet nimmt sie ihn da auch weg dementsprechend finde ich machst du dir eine risiko baustelle auf auf der anderen seite schwächst du dich im nachwuchsbereich indem du so einen mann wegnimmst ja und setzt ihn quasi da rein wo du gar nicht in einem haifischbecken bei einem msv duisburg ja wo du gar nicht weißt was da sache ist und das ist der eine punkt und der andere punkt und der gehört zu weit warum das auch so wichtig ist ich glaube und das wäre mein absoluter favorit und das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr hoch gegriffen aber jetzt auch nicht aller friedhelm funkel ich finde und ich gehe damit bei den leuten die sehr sehr oft den namen uwe neuhaus reinschreiben ich glaube es ist sehr sehr gut auch nicht nur einen solchen typen den ich für einen auch authentischen menschenfänger fänger menschen ja doch fänger hat sehe als auch erfahrenen trainer auf dem niveau was für mich wichtig ist dass der sofort mit seiner ausstrahlung mit seinem standing einem msv duisburg gegenüber denn wir haben ja gerade gehört gremium war dagegen der und der und der ich glaube du brauchst eine person von stärke die auch gerade sofort von der ersten sekunde ausstrahlt alter heskamp weil ich bin hier uwe neuhaus ich bin hier der experte und das würde ich bei einem engen wural der zum ersten moment im ersten moment seine chance zum ersten mal bekäme würde ich gar nicht so sehen der würde wahrscheinlich in so gespräch reingehen guten tag herr wald guten tag herr heskam schönen guten tag und bei einem uwe neuhaus wie ich das eher anders sehen ist meine einschätzung ist meine meinung das war alles gut wäre mein mein wunschkandidat ich hatte vor mittlerweile fast knapp zwei stunden mal und ja jetzt reingeworfen ist natürlich wunschdenken gewesen gibt es nicht mehr der ist in polen glaube ich mehr als glücklich gröf ist so ein name gewesen der auch von einigen genannt wurde wenn ich mir was wünschen würde um da jetzt einen strich drunter zu machen michael ich würde mir uwe neuhaus wünschen schöner wunsch kann man sich ja wünschen ich habe gerade im chat gelesen liebe grüße an 0521 so heißt dieser user er schreibt laut heskamp wird es engen wural also hat irgend in irgendeiner aussage wohl ralf heskamp engen wural gedroppt und andere im chat das sind sehr sehr viele hier schreiben auch wural gemeinsam mit branimir bayic also das nur noch mal zum update für diejenigen die uns hören sehr sehr viele msv fans immer noch knapp 300 bei uns im chat davon zahlreich die info wural wahrscheinlich einmal die info wural wird es auf jeden fall und einmal bei jetzt als co-trainer habe ich schon mal eine prognose raus die ist sehr sehr gewagt aber ja ist ja unser podcast hier wenn wural und bayic in kombination das werden würde ja und du kennst den bayern natürlich viel viel besser als ich auch ich kenne ihn so über 38 ecken und ja über die verdienste da hört euch am besten noch mal unsere doku an 90er 2000 und 2010er ich glaube da gibt es nichts und deswegen ja auch zu recht eine absolute legende aber ich haue hier mal die prognose raus wenn und das war ja gerade meine ausgangsthese michael habe ja gefragt suchen wir was kurzfristiges was mittelfristiges sondern was langfristiges würde ich einfach mal jetzt mal bei tipico wetten dass wir über die doppelspitze wural und bayic in einem jahr hier schon nicht mehr sprechen würde würde mir persönlich jetzt nicht gefallen ich bewerte das nicht ich habe keine ahnung wer es wird ich bewerte du kennst mich stefan ich bewerte dinge die passiert sind und die ich gesehen habe so dass ich kann mir nicht vorstellen ob eng in wural ein guter oder ein schlechter trainer für diese mannschaft ist weil ich einmal mit eng in wural geplaudert habe am rande eines trainings über das verteidigen von standard situation mehr nicht ich habe keinen plan wie eng in wural als trainer ist mehr ich kann es nicht beurteilen ich bin sehr gespannt ich du weißt ich mag bayern aber auch das ist ja hier nur ein gerücht aus dem chat das ist ja nichts was irgendwie noch mal michael ganz ehrlich da hast du hundert prozent mehr mehr sogar gesprochen als ich mit ihm ich glaube nur in der situation in der wir uns befinden noch mal wir brauchen jetzt hier keinen der ich will jetzt hier nicht alterwürdig um die ecke kommen und ich will jetzt auch nicht sagen dass wir unbedingt ein fußballrentner brauchen und otto rehagel ja wir brauchen auch kein fußballprofessor noch mal ich glaube ganz ehrlich dass wir einen mann der stärke brauchen der erfahren darin ist in der liga in einer in dem umgang mit der mannschaft auf dem level ja und da wird es wahrscheinlich jetzt nicht allzu viele geben und das ist einfach meine persönliche meinung ja ob das am ende der 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 oder der ist kann ich nicht beurteilen können wir beide nicht beurteilen du hast auch gerade gesagt wir können genauso gut wenig beurteilen wie das jemand ist der jung erfrischend und unerfahren daherkommt können wir nicht beurteilen was mich am ende des tages dann aber interessieren würde ist oder wäre eine argumentation von beispielsweise ralf hesskamp zu einem engen wural das würde mich mal interessieren nicht nur einfach so nach dem motto ja haben wir einen der kommt aus dem eigenen stall sondern was er glauben würde oder was er uns schmackhaft machen würde warum das genau die richtige personalie und ihre entscheidung wäre das würde mich ja sehr sehr brennend interessieren weil dann lass uns doch ich glaube falls es so kommt mit ralf hesskamp darüber mal zu sprechen das wäre doch was weil ich glaube und ich glaube da muss man jetzt auch kein prophet sein auch das ganz ganz viele leute hier schon geschrieben haben das ja mehr oder weniger schon eventuell auch so eine letzte patrone von ralf hesskamp sein könnte könnte ja hätte wenn und aber man wird es morgen vermutlich erfahren denn morgen geht das training weiter irgendeiner muss es ja leiten hast du zeit morgen wann ist das training 14 uhr ich bin doch da du bist doch immer beim training nein ich bin doch ich habe doch um 13 30 habe ich doch eigentlich ein interview termin mit uwe schubert ja aber bei jugendfußball und dann kann ich nach dem termin mit uwe schubert kann ich mal beim training vorbeischauen und dann sage ich dir wer da steht und wer es leitet ja aber wäre geil du hast es ja gerade angedeutet falls uwe schubert das training wäre ja richtig geil wenn du uwe schubert den termin absagt weil du das training leiten musst das wäre geil spaß beiseite denn und das soll ja hier nicht untergehen denn die leute haben ja wirklich sehr sehr viel kannst du dir ja vorstellen mit reingeschrieben unter anderem hatten wir die abstimmung die haben wir schon aufgelöst zum spiel gegen ferl ist ja heute ein bisschen länger geworden ja haben wir wer ist spieler des spiels geworden c war des tages mai mai ist es geworden was die mai 62 prozent haben ihn gewählt hätte ich jetzt noch einen ganz anderen take aber den lassen wir jetzt mal hier an dieser stelle denn wir kommen zu euren stimmen denn auch dort haben wir bekannt nicht bei instagram gefragt und aufgerufen naja dem ist voll verliert 2 zu 3 wie sieht es denn dabei aus was hat leute bleibt noch dran ja wir sind euch sehr dankbar dass ihr zahlreich mit uns da seid haltet mit uns durch haltet unter hinterlass noch mal ein paar likes das wäre super wir sind erst bei 112 und die glocke anschalten ja und dann noch und ihr noch und spendet und ihr und da genau also und und mit mir leiden weil ich gestern um ein haar 500 euro in der bundesliga gewonnen hat ja das ging eng daneben fünf spiele das einzige was ich falsch hatte war bayern gegen leverkusen ich hatte auf auswärts sieg oh ich sehe gerade instagram zeigt mir an weißt du eigentlich was genau heute vor drei jahren war warte mal september 2020 ich halte meine corona ich kann es nicht erkennen heute vor drei jahren war die erste folge nee aber war rückblick bvb mit dem mike zusammen bvb 2 und vorschau auf hansa rostock war eine sendung 1902 live gemacht die halten sich auch stabil in der zweiten liga noch stimmen zum spiel oder stimmen zur trainer entlassung kommen jetzt von euch liebe hörer genau und da könnt ihr euch ja vorstellen da waren es einige waren was denn hier warum ist das hier wieder weg michael ist weg stefan und die stimmen zum spiel bei instagram es ist eine unendliche geschichte sie sind immer technisch irgendwo wieder nicht mehr da naja das lasse ich doch jetzt nicht auf mir sitzen hier ich weiß dass ganz ganz viele geschrieben haben und die arbeit soll ja nicht umsonst gewesen sein aber es ist absoluter hammer ja nick schreibt gerade in den chat wenn dinge älter als 24 stunden sind sind sie weg ja ist aber früher nicht so gewesen das hast du auch schon mal gesagt dass es früher nicht so war okay wir können uns noch mal über trikots unterhalten also dieses trikot hier dann lass uns dabei bleiben kannst du noch mal eine abstimmung in den chat und für die letzten zehn minuten ja das machen das würde mich nämlich jetzt noch mal interessieren ziegner raus richtig oder falsch denn wir sind hierbei aktuell immer noch über 250 zuschauern bei youtube live noch mal vielen vielen dank und falls wir jetzt nur noch zehn minuten haben dann geht diese abstimmung die nächsten zehn minuten im chat könnt ihr nun abstimmen ob die entlassung von ziegel richtig oder falsch war und stefan hat die nachrichten immer noch nicht gefunden das nutze ich mal um auch mal anonym abzustimmen ich habe geklickt so stefan was haben wir noch auf der uhr spontaner wie kai aus der kiste jetzt könnten wir kicktipp machen aber dann vergrauen wir noch die 250 wir könnten mal wir könnten darüber sprechen ja wir könnten darüber sprechen dass ich am kommenden samstag nach fünf wochen zum ersten mal wieder ins stadion kann du kannst es dir nicht vorstellen wie sich das anfühlt fünf wochen naja kommt auch das ergebnis an nee also ganz ehrlich ich habe jedes mal und vielleicht ist das vielleicht ist das dummheit oder zweckoptimismus ich habe jedes mal bock ich habe immer bock lass uns mal vielleicht weil wir weil wir sehr sehr emotional auch jetzt gerade daher kamen lass uns trotzdem noch beim thema bleiben glaube klar köln steht jetzt vor der tür und ich glaube auch je nachdem was auf dem trainer post gerade verloren gegen dortmund ja was auf dem trainer posten passiert könnte nochmal so jetzt auch dementsprechend aber halten wir fest gesamtsituation der msv auch dazu genau hatte ich eine folie vorbereitet das ist das noch mal eben anschauen auf dem letzten tabellenplatz und nach sechs spieltagen das haben wir uns jetzt kein kein was vormachen das haben wir uns natürlich insgesamt alle anders vorgestellt und ich kann dir nur sagen in meinen seelen leben hinein viele haben es prognostiziert wir haben immer an das gute geglaubt aber das ist einfach jeden tag als fan wie ein schlag in der fresse dann gerade zu hause sich gefühlt von jedem verein irgendwie was vorzumachen zum ende des spiels zu glauben bei einem guck mal dein verein spielt zu hause er steht zwei zu zwei und jedes mal gehst du eher immer vom negativen aus und vom schlechten selbst beim 2 1 schon ja selbst bei dem gegentor in der 43 44 minute ertappst du dich dabei wie du das gefühl hast ja 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 geht schon wieder los anstatt zu sagen scheiß drauf wir fühlen ja noch das wahnsinn du hast gerade irgendwelche sachen eingeblendet übrigens genau ist ja richtig die dritte hast du hast du mit absicht die den spieltag und die tabelle übrigens da möchte ich mal vorweg denn du kannst das natürlich gerne noch mal anführen wo wir stehen mir ist die tabelle am sechsten spieltag vollkommen wumpe die ergebnisse sind entscheidend so und ja tabelle gucke ich mir nach 15 spieltagen ja aber die genau diese tabelle führte jetzt dazu dass torsten ziegner entlassen wurde also machen wir uns nichts vor wenn jetzt glaube ich nicht ich glaube ich glaube dass die reaktionen der zuschauer dazu geführt haben dass ziegner entlassen wurde ich glaube wenn keiner wenn kein fan ziegner raus oder ziegner raus geschrieben du hast gesagt es waren gefühlt alle also ich habe auch mit leuten gesprochen die da waren die sagten das ganze stadion hat ziegner raus oder ziegner rausgerufen so das ist natürlich etwas was in in so einem verein wie dem msv duisburg dann irgendwie auch scheinbar einen großen wert hat was ich nicht korrekt finde ich finde dass man solche dinge immer mit fachverstand sachverstand bewerten muss und nicht durch zuschauer aber ich finde ich glaube dass wenn die zuschauer nicht gerufen hätten dass ziegner noch trainer wäre ja ich glaube dass die tabelle bringt uns natürlich in der gesamtsituation zu tun hat bringt uns aber noch mal zu einem abschließenden entscheidenden punkt den wir hier vielleicht noch gar nicht so beleuchtet haben denn auf der einen seite sagen wir von den nackten ergebnissen ja folgerichtig ich glaube da sind wir uns auch einig aber ich glaube wo wir uns vielleicht so ein stück unterscheiden jetzt sagst du weil weil die zuschauer ja quasi im prinzip im chor gerufen haben ziege raus ich hatte zu keinem muss ich wirklich fairerweise dazu sagen und ich nochmal der punkt der erste allererste punkt vor anderthalb stunden war dass wir ihn als typ so ganz ganz cool finden und auch relativ passend empfunden haben ich hatte zu keinem zeitpunkt in den letzten komplett letzten wochen eigentlich hat mich dieses gefühl schon in der vorbereitung ja bespielt keinen zeitpunkt das gefühl dass es dort irgendwie gut gehen könnte ja und erst recht auch nicht nach dem spiel vor zwei wochen schon gegen regensburg wo man jetzt sagen könnte boah wieder zwei wochen verschenkt länderspielpause neuer trainer installieren spiel aufbruchstimmung gegen ferl etc pp finde ich okay dass man sagt da gibt man noch mal jemand eine chance ich habe natürlich auch entnommen dass dementsprechend die rufe so unabdingbar waren wo man sagen musste da muss man gegebenenfalls reagieren aber ich sage auch ich habe da wirklich zum schluss hin gar nichts mehr gesehen ob es die aufstellung wir haben gerade den kader die mannschaftsführung gesprochen die die einzelnen personalien wir haben das interview mal so ein stück weit reingenommen also das hat sich alles für mich überhaupt nicht stimmig angefühlt muss ich ganz ehrlich sagen zum schluss und erst recht nicht in die richtung dass man sagt okay da gucken wir sechs spiel tage lang nicht auf die spiele da gucken wir jetzt nicht auf die tabelle da fahren mal locker flockig nächste woche nach köln und dann kommt das nächste heimspiel gegen münster und 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 ich sagte ganz ehrlich dass ich hätte jetzt kein spiel gesehen kein einziges bei dem auftaktprogramm was wir hatten wo man jetzt wirklich mal festhalten muss in freiburg 2 die sind übrigens vorletzer das ist nicht mehr die mannschaft die letzte jahr zweiter wurde dann zu hause ging und ging fair und übrigens gegen die löwen die mittlerweile auf platz 16 stehen die ganz ganz unten drin stehen also da frage ich mich welche gegner hätten wir denn nehmen sollen in den letzten nächsten wochen und monaten wo wir irgendwas rausgeholt hätten da fällt mir kein einziger gegner ein ja und weil die frage so häufig kommt will ich sie auch mal dann endlich beantworten ich glaube wenn ich in der verantwortlichen position wäre hätte ich am ende mich auch gezwungen gefühlt etwas zu verändern bei 1,15 punkten und bei wirklich sehr sehr wenig effekt so das heißt ich sitze hier nicht als ziege sympathisant und sage man hätte nicht entlassen dürfen das mal um das mal klarzustellen ich hätte ich hätte es früher früher gemacht oder später ich hätte es nicht zu diesem zeitpunkt gemacht wenn du ihn in die saison starten lässt unter den voraussetzungen dann hätte ich ihn noch drei vier spiele machen lassen ich habe es ja anfang der saison gesagt frag mich nach spieltag zehn dann sage ich dir was ich von ihm halte es ist spieltag sechs so die vier spiele hätte ich ihm persönlich noch gegeben und wenn das so weitergegangen wäre wie es jetzt gelaufen ist dann wäre es dann die richtige entscheidung gewesen ihn rauszunehmen aber wenn du entscheidest du gehst 2025 in die zweite liga als als ziel dann musst du dir auch bewusst sein dass du dir ein trainerteam an die hand nehmen musst dass du bis 2025 auch stärkst und deswegen hättest du ihn vor der saison rausnehmen müssen also das heißt am ende der letzten saison rausnehmen müssen oder aber erst dann nach keine ahnung zehn spielen also ich bin am ende jetzt habe ich vollstes verständnis für die entscheidung weil vieles nicht funktioniert hat und weil manchmal auch die idee mit dem ball sich bei mir nicht so ergeben hat wie sie sich oft dargestellt hat unter hagen wo ich immer hier saß im podcast und zu dir gesagt habe ich sehe in jedem spiel die idee von hagen schmidt kannst du dich erinnern so diese situation hat sich auch ein bisschen anders dargestellt trotzdem bin ich in der gesamten art und weise wie er mit vielen dingen umgegangen ist immer noch fan von ziege gewesen obwohl die ergebnisse nicht da waren aber nochmal um das jetzt hier klar zu stellen ich habe vollstes verständnis dafür dass man in dieser situation jetzt den trainer rausnehmen muss ich glaube nur diese entscheidung ist eine entscheidung die zu einem teufelskreis führt den wir seit jahren haben und wenn sich nicht grundsätzlich etwas in diesem verein ändert wird es nicht besser sondern schlechter mit jeder trainer entlassung wird es schlechter also ich glaube zumindest bei dem letzten punkt da sind wir uns hundertprozentig einig denn kannst hier noch so hunderttausend trainer verschleißen und du kommst in eine spirale rein da kommst du irgendwann nicht mehr raus und in ein strudel das ist grauenvoll natürlich für unsere sendung heute abend vielen vielen dank dafür aber wir wollen uns natürlich irgendwann mal alle unter anderen bedingungen treffen aber zwei punkte abschließend dazu ich habe keine kein vertrauen gehabt und keine entwicklung zu keinem zeitpunkt letztendlich denn ich beziehe mich einfach nur auf ziege denn der hat ja gesagt ergebnisse würden stärken ergebnisse würden gut tun und die waren halt bei ihm unterm strich gefühlt so gut wie gar nicht vorhanden muss man ja fairerweise dazu sagen die statistik kramen wir jetzt an dieser stelle nicht mehr raus und der zweite punkt ist ich hätte ihm keine zehn spiele gegeben weil weitere vier niederlagen lass es ein unentschieden sein und drei niederlagen von mir aus meinetwegen die hätten uns dann irgendwie in so eine situation gebracht so nach dem motto jetzt haben wir jetzt auch einmal schon acht punkte rückstand auf den 16 tabellenplatz ich glaube jedes einzelne spiel ist wäre gift in unserer situation gewesen nicht und noch mal darauf zurückzuführen weil ich mir kein urteil über seine trainertätigkeit erlaube aber weil es die situation derzeit so hergibt dass man sagen muss an dieser stelle hätte jetzt irgendwie gar nichts mehr gebracht also und ich glaube unterm strich und das werden auch alle podcasts dieser welt an dem tag so analysieren dieses spiel hat einfach so viel wieder gespiegelt oder wieder hergegeben gerade gegen ferl für 2 0 verlierst unterm strich gegen eine zu dem zeitpunkt tote mannschaft 3 zu 2 und das ist ein spiel das glaube ich steht so nach dem spielverlauf schon hunderttausend mal in den geschichtsbüchern des fußballs ist einfach im endeffekt nachher das ausrufe zeichen oder der punkt unter einer trainer entlassung wie es keine wie es kein anderes beispiel hergeben könnte denn du selbst kurz vor schluss steht 2 2 der spielverlauf gibt eher her dass diese mannschaft also ferl in dem fall eher auf den siegtreffer geht und es fällt auch noch in 90 plus x der 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 auswärtstreffer die niederlage und demnach glaube ich konntest du dieses buch und dieses kapitel so zu ende schreiben dass es quasi unausweichlich ist der msv nochmals steht nach 20 spielten auf platz äh nach sechs spielten auf platz 20 mit drei auf 20 spielten nach 20 spielten auf platz 6 wäre schön ja auf auf platz 20 mit drei unentschieden drei niederlagen bei dem auftakt programm wie gesagt das müssen wir relativieren bei den gegnern die wir hatten mit einem torverhältnis von 6 zu 11 mit sechs erzielten toren durch sechs verteidigern oder ja doch ausnahmsweise ausklammernd mai hier an dieser stelle der im sturm gespielt hat ich glaube das ist insgesamt für die komplette für die komplette sportliche führung ein zu dem zeitpunkt armut zeugnis ich glaube dem ist nichts hinzufügen und demnach machen wir jetzt hier auch die abstimmung zu michael denn wir haben 11 minuten gefragt liebe leute wie seht ihr das trainer entlassung folgt richtig und da haben wir ein eindeutiges ergebnis bei immerhin noch repräsentativen 111 abstimmungen 72 prozent sagen ja 72 komma soll es in dem fall heißen und 27 komma sagen nein also es gibt dann doch immerhin noch so eine kleine minderheit die sagt naja hätte man vielleicht noch ein paar spiele durchziehen können das genau das ja das finde ich finde ich gerade bemerkenswert ich hätte mit einer viel höheren zahl für ja gerechnet denn 27 prozent sind bei 111 leuten über 30 personen die nach so einer desaströsen anfangs phase der saison und nach so einem desaströsen punkteschnitt von torsten ziegner und nach so einer schlechten heimbilanz von torsten ziegner sind es immer noch über 30 menschen hier von also von von 111 also knapp 30 prozent die sagen er hätte noch bleiben müssen es verwundert mich spricht aber dafür dass er fernab vom sportlichen eigentlich eine einen guten eindruck bei den fans hinterlässt dem ist natürlich nichts hinzuzufügen und es gibt hier so so viele kommentare also ich glaube dass auch das wird heute abend rekord sein es gibt so so viele unterschiedliche meinungen denn nochmal auch das um das jetzt hier abschließend mal rund zu machen michael erstmal vielen vielen dank dafür dass ihr alle das ganze heute abend so gestaltet habt wie es gestaltet wurde unterm strich muss man fairerweise dazu sagen wir sind wie immer hier sehr sehr fair geblieben wir sind sehr sehr objektiv gewesen wir haben sehr sehr viele meinungen vertreten wir haben alles mal mit reingeworfen und ihr habt das ganze hier sehr sehr ruhig und sachlich untergebracht vielen dank dafür an euch ohne euch wäre das ganze hier relativ ja leer und sehr sehr ereignis arm von daher vielen dank dafür wie gesagt unterm strich es bleiben sehr sehr viele eindrücke sehr sehr viele meinungen auch das was wir hier sagen ist natürlich immer auf der einen seite emotional ein stück weit natürlich aber auch belegt und mit mit statistiken untermauert haben wir gerade alles gesehen und ist aber nicht des weisheits letzter schluss von daher bleibt hier jedem seine seine eigene eigene meinung ich glaube wir sind uns aber unterm strich alle einig dass wir uns sehr sehr viele sorgen um den msv machen wie gefühlt zur puttbolsters zeiten jedes jahr und demnach lügt die tabelle dementsprechend auch nicht auch dafür müsste ich fünf euro rein zahlen aber schauen wir einfach mal in diesen schwierigen mal wieder schwierigen zeiten positiv nach vorne du hast gerade angesprochen nächsten samstag geht es weiter mit dem auswärts spiel in köln für mich michael geht es nächsten samstag nach dänemark strich strich norwegen freue ich mich drauf und ich sage dir auch ganz ehrlich ich freue mich da auch wirklich mal also nicht nur wenn ich sage ich freue mich darauf ich freue mich mal mit diesem ganzen scheiß nichts zu tun haben zu müssen ich werde es alleine kann ich ja nicht allein kann ich allein okay und freue mich darauf nichts damit zu tun zu haben ich glaube aber die spielzeit kommt mir entgegen so dass ich zumindest noch sehen kann in deutschland auf deutschem boden oder auf in deutschem hafen kann man so schön sagen und dann freue ich mich und samstag drauf dreißigster neunter zuhause gegen münster bis dann schon wieder da ja wir legen um acht uhr an in kiel in kiel morgens und der plan sieht vor ich rase durch an besagter stelle wo ich damals mit 70 klamotten zu viel geblitzt wurde meinen führerschein abgeben musste und werde dann rechtzeitig um 14 uhr brauchte ich nicht jede app der welt hätte mir helfen können ich war einfach durch sagen wir es mal so es war breit ausgeschildert baustellen zu fahrt und demnach eigenes verschulden und demnach doof sagen wir es mal so besagter stelle komme ich auf jeden fall wieder vorbei und der plan sieht so aus dass ich direkt durchfahre zum anstoß ins stadion ja dass ich direkt dort hingebracht werde und das spiel gegen münster das ist mir natürlich nicht entgehen nachdem der msv ich sage schon mal voraus 1 zu 3 in köln gewonnen hat dreimal sänger und demnach freue ich mich dann mit dir übernächsten sonntag wie gewohnt hier über die review zum spiel gegen münster zu sprechen oder welchen kater haben wie sagst du ja ich auch weil pass auf mein plan sieht vor ich habe geburtstag am 30 weiß ich ich weiß auch was egal sage ich jetzt nicht ich bleibe in duisburg ich weiß alles ich weiß was du nicht weiß egal ich werde auf jeden fall auch dort sein sieht vor dass erst mal dort spiel gegen münster ansteht abends dann kegeln und mein kumpel mit dem ich in köln war vor ein paar wochen der hat schon nach dem kegeln was geplant also wird hart freut euch auf die review gegen münster ich wollte gerade sagen freut euch am ersten zehnten auf unsere sendung wir machen es ohne bild aber aber wir können schon mal sagen wir machen nur wenn wieder 300 leute im stream seit und da kommen auch zum hauptdarsteller hier heute abend überwältigend überragend wir würden gerne einen schöneren anlass beiseite nehmen und ich kann nur sagen das war sehr sehr großes kino vielen dank dafür ihr könnt noch ein paar likes hinterher schmeißen das wäre sehr sehr schön das ist noch ein bisschen ausbaufähig und was mich extrem oder mich ja und mich extrem freuen würde bitte alle mal nachher in die sendung paar kommentare reinschmeißen wie besorgt seid ihr um den msv duisburg was die richtige entscheidung torsten ziegner zu entlassen was glaubt ihr wie geht es jetzt weiter ist engen wural ein guter kandidat ist es dann doch am ende uwe neuhaus wie geht das folgende spiel dann gegen köln aus und 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 schreibt einfach mal generell was bewegt euch gerade aktuell zum msv duisburg und ich kann nur sagen das war insgesamt eine tolle sendung ich glaube das hat sehr sehr vielen leuten viel spaß bereitet wir sind hier bei zwei stunden zwanzig all diejenigen die es morgen im podcast hören die werden direkt nach zehn minuten schon abschalten und sagen habt ihr so noch alle zwei stunden zwanzig minuten das kann doch gar nicht wahr sein doch kann wahr sein es gibt immer wieder was zum msv zu berichten zu besprechen doch morgen einfach über die a3 zur arbeit dann braucht ihr die zwei stunden ganz genau andreas rösser selbst wenn du in duisburg arbeitest setzt sich doch mal einfach in die karre richtung wuppertal einfach mal rauf wieder runter und dann bist du irgendwie trotzdem noch gefühlt um 9 uhr im büro also von daher leute liken kommentieren abonnieren ganz ganz wichtig nächste woche gibt es den michael zumindest auf den ohren bei allen podcast stationen eventuell dann bei youtube und 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 wir halten euch auf dem laufenden folgt uns bei instagram bleibt gesund kommt gut durch die woche ich bin raus sage michael vielen 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 dank für diese sendung xxl heute mal wieder am start gewesen bleibt gesund bis dann nur der msv ciao ja was bleibt mir zu sagen an dieser stelle falls ihr uns heute zuschaut oder morgen hört oder wann auch immer ich möchte mich bedanken möchte mich für die fleißige aufopferungsvolle sehr sehr zeitintensive arbeit bedanken bei micha und bei ziege ähm ich glaube das kann man euch überhaupt nicht abschreiben und äh dementsprechend unabhängig davon ob die entscheidung richtig oder falsch ist vielen vielen dank für eure für euer engagement und äh wir wünschen euch beiden dass ihr äh schnellstmöglich wieder unterkommt aber nur so schnell dass ihr jetzt diese zeit auch genießen könnt die ihr euch mit sicherheit dann die ihr auch gut gebrauchen könnt mit der familie also äh macht euch eine schöne zeit und äh kommt schnell wieder zurück wir bleiben in kontakt und äh liebe fans drei punkte in köln drei punkte gegen münster und dann äh sieht die welt hier beim msv auch wieder anders aus eine schöne nacht euch allen gehabt euch wohl ciao ciao das war 1902 dein msv podcast mit micha und stefan präsentiert von united autogas oberhausen ein